Ich hoffe, die Lautstärke sollte passen. Die Lautstärke wird locker passen. Also gut. Ein bisschen Isaac habe ich gehört. Der Koop-Mos ist aktuell wieder weg, was immer fantastisch ist. Lass mich schauen. Ich habe die Mods aktiviert. Ich habe die Mods aktiviert, die ich aktiviert haben möchte. Okay. Was können wir Schönes machen? Ich habe zuletzt einen Run gewonnen. Das war ein Koop-Run. Spoiler an der Stelle. Außerdem von Yashiro, 5 Monate Resub und von Coos, 5 Monate Zocker Wolf, frischer Sub. Ich habe alle normalen Charaktere gemacht. Haben wir bei Tainted irgendwas, das ich nicht hasse? Warte, das sind die normalen Charaktere. Wir waren gerade bei Tainted. Habe ich hier irgendwas, das ich nicht hasse? Ich meine, Maggie the Beast ist wahrscheinlich nicht am schlimmsten. Tainted Judas. Ich habe Delirium, aber nicht hasst. Das ist auch komisch. Tainted Blue Baby, Tainted Eve. Oh, es gibt an sich eine Menge zu machen. Aber komm. Aber komm, aber komm, aber komm. Ihr wisst doch, wie es läuft. Wir sind ja nicht zum ersten Mal hier. Äh, ich habe alle Challenges gemacht. Ich werde demnächst noch ein Video hochladen, in dem ich dann... Also es gibt auch einige erfolgreiche Runs, die nicht ein paar Dinge geschafft hat, die ich irgendwie hochgeladen habe. Das heißt, haltet die Augen offen demnächst für das, ähm... Isaac Runs, ich aus irgendwelchen Gründen nicht hochgeladen habe, Video. Und, äh, dort werdet ihr alles sehen. Echt, ich schaue nicht die, äh... Xbox Developers Direct oder so, was auch immer. Der eine interessante Trailer, der dabei rauskommt, den werden wir auch so irgendwo bestimmt mitbekommen. Es wird Zeit für Verzweiflung, wie ich sehe. Ne, ne, ne. Wir sind nicht gerade dabei, äh, Tainted Jacob zu spielen. Das ist das Wichtigste erst mal. Das ist eigentlich mehr ich zutsche auf YouTube als auf Twitch. Äh, kommt drauf an. In der Regel nicht. Es kommt halt immer sehr drauf an. Auf YouTube mögen Leute nicht, wenn man irgendwelche, wie soll ich sagen, etwas mehr von den Core-Spielen spielt. Zum Beispiel sowas wie Resident Evil 4 oder so. Aber das haben Leute auf YouTube nicht gerne gesehen. Da habe ich auf Twitch dann in der Regel mehr. Ich schätze, Isaac sollte gleich sein. in der Regel ist auf Twitch mehr. Eden ist lustig. Meinst du Tainted Eden oder Eden Eden? Wird das ein einziges Video? Jaja, klar. Wäre schwachsinnig, wenn ich jetzt noch irgendwie die alten Runs in einzelnen Videos hochladen würde. Ich glaube, das wäre nicht unbedingt nötig. Ich habe übrigens gestern, nachdem, ihr habt natürlich gestern alle meinen Lego Island-Stream gesehen. Da gibt es, denke ich, keine Zweifel. Und deswegen werdet ihr wissen, wovon ich rede. Nämlich hatte ich gestern wieder so einen komischen Internet-Abbruch. Ich habe vorhin mal in meinen Log von der Fritzbox geschaut und da stand nichts. Da stand nicht mal, dass es einen Abbruch gab. Das heißt, ich habe nicht ganz verstanden, woran es letztendlich lag. Mit Tainted Lost fehlt mir noch ein Biest. Strawman, eine Bombe, spawns Keeper als das second Charakter. When he dies, spawns Blue Spider. oder so? Aha. Devil Deal Items kosten damit Geld? Oh. Wir nehmen ihn mit, denn ich glaube, ich habe den noch nie aufgehoben. Das könnte ganz interessant werden. Kann ich den auch heilen, wenn ich Münzen aufhebe? Ich habe die Seite, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. Oder ist noch was? Chirin Keeper, ich muss das mal eben mitnehmen. Sehe, wir haben doch einen Koop-Modus hier. Das ist kein Single-Player-Run, das ist Koop. Oh mein Gott, das ist so viel Schaden. Wenn er Geld aufhebt, wird er geheilt. Okay, das könnte interessant werden. Ist Müll? Aber dafür haben wir Divorce-Papers. Aha. Ich habe eine Vermutung, wo der Super-Secret-Group sein könnte. Ich meine, damit kann ich eine Gratis-Bombe legen. Das ist nicht so verkehrt. Worum geht es in dem Spiel? Es geht dem Spiel darum, das Spiel Gegner zu besiegen und zum Ende zu kommen. Es ist nicht so kompliziert an sich, das Prinzip. Das Spiel selber ist ja... Es kann durchaus umfangreich sein, wenn man alles verstehen will. Meiner Meinung nach das schlechteste Item im Spiel, weil er selbst effektiv nichts tut und komplett weg ist, wenn er stirbt. Und das soll das schlechteste Item im Spiel sein. Sag mal, hast du mal ein richtig schlechtes Item aufgehoben? In welcher Welt ist das das schlechteste Item im Spiel? Also bitte! Schau mal, der hilft ungemein weiter gerade. Ich könnte sagen, die meisten Bohnen, die werden dir in keiner Situation weiterhelfen. Dann haben wir natürlich noch sowas wie Cursed Eye, wo man drüber reden könnte, dass generell einfach nur er im Weg ist. Uh, stark. Oh, nein. Ja, zum Glück habe ich ihn jetzt noch dabei. Sonst wird das eine sehr unangenehme Situation, kann ich euch sagen. Ah, ausrichtet eurem Blick. Mir gefällt es übrigens gleich, dass die Devil Deals jetzt Geld kosten werden. Das heißt, ich werde vielleicht sogar auf, ich werde auf Angel Deals gehen, wie es aussieht. Kann ich auch Items klauen, wenn man nicht aufpasst? Oh, das finde ich eher ungünstig. Da wäre ich kein Fan von, muss ich gestehen. Ah, Secret Room? Eww. Also Secret Room hat wieder so eine ganz komische Location hier. Da ist er nicht. Der Run ist aktiviert. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber wir werden sehen. Ah, hier links vielleicht. Okay, dankeschön. Ich muss natürlich aufpassen mit den Stacheln. Sieht nach viel aus, reicht aber trotzdem nicht für ein Devil Deal. Wir gehen auf Angel Deals. Wann kommt wieder Dark Souls No Hit Run? Das ist die Frage. Vermutlich gar nicht. Wenn ich mal eine richtige Antwort aufgeben soll. Synth Oil. Sehr schön. Oh, 0,6 Damage ab. Wichtig. Wichtig für die Moral mit Almond Milk. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Keine Zeit zu verlieren. Unser Ziel ist natürlich The Beast. Im Shop könnte noch eine Münze sein. Nee, nee, alles gut. Ich will Angel Deals an dem Punkt. Die guten Items im Devil Deal kosten sowieso 30 Cent. Abgesehen davon konnte ich die Items im Devil Deal nicht sehen und nee, 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 nee. Nee, das ist das was, nicht? Direkt der nächste Boss. Ich würde sagen, wir gehen direkt rüber. Ah, der gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht als Boss, als The Lost. Tainted Lost. Perfection. Tears up. Yeah, 3,5 Tears up. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Kann man den auch wie Esau steuern? Ah, hier. Mehr oder weniger. Ja, ja. Ich kann auf jeden Fall auch allein unterwegs sein. Wäre auch dumm, wenn es nicht gehen würde, ehrlich gesagt. So, jetzt fehlen uns nur noch die guten Items im Run. Jetzt noch ein paar wirklich guten. Na, dann wiederum schaue ich den Damage an. Nee, komm. Das ist gerade super stark. Also, ich kann mir vorstellen, dass dieses Keeper-Item, wenn man es später findet, nicht so der Oberhammer ist, aber wenn man es jetzt früh im Run findet, ist schon stark. die Bonus-Tränen machen schon einen gewaltigen Unterschied. Ich könnte ihn theoretisch auch in Curse-Rooms reinschicken, aber eh, ich weiß ja nicht. Ah, gute Frage, ob der Trinkets aufheben kann. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mal schauen, wenn wir wieder im Bossraum sind. Dann wiederum, das Trinket, wenn gerade sowieso im Bossraum Trinket liegt, will ich das da eigentlich ganz gerne liegen lassen, denn Tainted Lost kann Inner Child haben, oder? Kann Tainted Lost Inner Child finden? Die Sache ist nämlich, dass Tainted Lost ja eigentlich keine mehrere, äh, nicht mehrere Leben haben kann. Ja, willkommen, Infinite. Stark. Rangetown ist katastrophal gerade für mich. Mein Range war nämlich sowieso schon ein bisschen Müll. Komm, wir, wir legen hier eine Bombe, die gönnen wir uns. Eww. Helf ab, Wahnsinn. Wahnsinn. Was ist das Gimmick von Tainted Lost? Tainted Lost darf nicht getroffen werden. Ist im Grunde mehr so, wie, ähm, Lost ursprünglich war. Wird man noch den Bonus, dass man keine, ja, es gibt gewisse Items, die man nicht mehr finden kann, wie zum Beispiel Holy Mantle oder Wiederbelebungen oder derartige Dinge. In der Scheid sollte gehen mit Tainted Lost, okay. Dann lassen wir das Trinket natürlich im Bossraum liegen. Was haben wir hier? Darüber können wir auf dem Rückweg noch mal nachdenken, okay? Okay? So, das ist eine hervorragende Kombination für meine Devil-Dienst hier gerade. Wir kommen auf dem Rückweg noch mal vorbei. Und dann können wir sehen, ob wir es mitnehmen wollen. Aber jetzt aktuell sehe ich keinen Grund dafür, ehrlich gesagt. Und damit meine ich, es wäre wirklich, es wäre wirklich dämlich, denn die Tränen fliegen auch um mich herum. Das ist, nein, komm, ich kann wirklich nicht. Ich bin Tainted Lost. Ich kann das wirklich nicht mitnehmen, weil wenn ich das mitnehme, dann ist es vorbei. Es ist dann schlicht und ergreifend vorbei. Ich werde nicht lange überleben. Es klingt lustig, aber es wäre wirklich grauenhaft. Ja, wenn wir sowas wie Pyromaniac noch finden, mit den Tränen willst du drüber nachdenken. Ich meine, keine Sätze, wir noch was Tätes finden, bis wir auf dem Rückweg sind. Da geht ja noch ein bisschen Zeit. Wohin erkennt man ob eine Mod die Unlocks blockiert. Ich glaube, man muss erst eine gewisse Menge an Fortschritt gemacht haben in dem Spiel. Ich weiß nicht noch, was man freigeschaltet haben muss. Aber dann kann man Mods verwenden, ohne dass sie die Unlocks blockieren. Ich glaube, man muss dafür aber erst eine gewisse Menge an Fortschritt haben. Aber ich habe keine Ahnung. Bei mir ging es nämlich von Anfang an, als ich meinen Spielstand gespielt habe. Also, ich weiß nicht genau. So, wir sind jetzt ein bisschen in der Bredouille. Ich habe super gute Items. Aber ich bin so gut wie tot. Und ich habe nicht mal Epic Hack mitgenommen. Das brauchen wir nicht mal, um zu sterben. Das brauchen wir nicht mal. Das kann ich auch so machen. Ach. Ach, die Alten. Nee, 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 nee. Mit dem Strawman kannst du das Polaroid aus Negativ mitnehmen und dann das Polaroid mit dem Strawman für Beast abgeben. Oh ja, das wäre, das wäre ganz gut. Das wäre keine verkehrte Idee. Ah, ja, komm. Ich habe einen Doppelcoupon. Ich brauche sowas nicht. Oh, ich wünsche dich nicht in diesem Raum. Okay. Hab's überstanden, hab's überstanden, alles gut. Ich muss sagen, bisher sieht's auch noch relativ schlecht an der Conjoint-Front aus. Was hat's damit auf sich? Nein, was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Nicht euer Ernst. ist okay, Run ist tot, Run ist tot, Run ist tot, kein Problem. Ist ja kein Problem, Freunde. Wir sind ja schon wieder zurück. Wir müssen uns keine Sekunde länger mit diesem Run auseinandersetzen. Keine Sekunde länger mehr. und wir haben was auch immer und wir haben neues Item gesehen. Und das sind doch auch alles schon mal nette Dinge. Ich hoffe, die Spinnen springen hier, die springen hier rüber. Die springen hier rüber. Unaufhaltsam sind die. Na, dass der Run gestorben ist, war nicht zu sad, ehrlich gesagt. Ich denke, damit kann ich gut leben. Außer von Black Energy, frischer Sub, Einer spinnt immer. Hier haben wir ein paar Fans von Itzy Bitsi, Einer spinnt immer. klassische Serie damals auf RTL 2. Erinnert euch noch, als ich im Read Mode mal die ganze Zeit davon geredet hab. Die Zeiten sind zurückgekehrt. Uh. Ah, Planetarium oder? Komm, wir gehen heute auf Planetarium. Heute genehmigen wir uns was. Hauptsächlich, weil ich jetzt sowieso schon Bonus-Item gefunden hab. Es hat sich in mein Hirn gebrannt. Hehehehe. Ich hab übrigens aktuell, das hab ich ja damals darüber geredet, weil ich ein Video mach, das will ich auch noch machen. Ein paar von denen irgendwelche Serien in der Existenz ich komplett vergessen hab. Ich will da 1 zu RTL 2 machen, wo auch Itzy Bitsi dabei ist. Ich hab mir dafür ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich bin generell aktuell, ich hab generell aktuell einige Videos in Arbeit beziehungsweise beim Editieren aktuell. Was diese Woche kommen wird, wird ein kleiner Rückblick auf Staffel 1 bis 3 von Spongebob. Cool. Ich kann's kaum erwarten, Herr Streamer. Ich kann's auch kaum erwarten. Und dann, was ich Anfang diese Woche abgegeben hab zum Editieren, war ein Video über Donkey Kongs Abenteuer. Ihr dürft gerne zugeben, dass das in der Tat der Bananahammer ist. Dann noch eins über die Spongebob Comics. Also ich gucke nochmal ein Spongebob Video. Ich sag jetzt, das andere Spongebob Video ist vom November, als ich es aufgenommen hab, aber wie auch immer. Das wird ganz cool. Skript hab ich fertig für was wurde eigentlich aus Empire Earth. Das heißt, das will ich dann nachmalen. Ich werde nächste Woche dann meine kleine Vier-Tage-Pause, die ich einem pro Monat machen will, einlebe. Danach werde ich mal das Empire Earth-Video in Angriff nehmen. Und Ja, generell ist das eine Sache, ähm, ich will schon sich, oh Gott, ich hasse diesen Kampf. Ich will schon sich generell wieder ein bisschen zu, ein paar einf- Ein paar einfachere Videos auf dem Kanal so ein bisschen, äh, machen will, die ein bisschen leichtherziger sind und so, und sowas. Ja, das ist, das ist das Ziel. Was ich auch in absehbarer Zeit machen will, dafür hab ich noch nichts, äh, geschrieben oder so. Ich hab schon recherchiert und sowas. Es gab damals so ein, ach shit, so ein Virtual Reality Headset für die Playstation 2. Das war zur Zeit, bevor es richtige Virtual Reality Headsets gab. Das war, heutzutage nennt man das, äh, nennt man die Teile Head-Mounted Displays und darüber will ich auch auf jeden Fall noch eine kleine möglichst Museum-Folge machen. Ich denke, das ist, äh, relativ interessant. Ich mein, habt ihr mal die Playstation 2 Brille gesehen? Wahrscheinlich nicht. Eye-Toy, mit Eye-Toy ist jeder vertraut. Jeder weiß, was Eye-Toy ist. Wer weiß, was die Playstation 2 ist, der weiß, was Eye-Toy ist. Jetzt erzähle ich euch nichts Neues an dem Punkt. Sag mal, wo ist der Boss? Ich hab mich irgendwie verlaufen. Hier oben war ich nicht. Ich hasse diese Ebene. Vor allem muss ich aber sagen, an sich die Arbeit an dem, äh, wie hier über Dongkongs Abenteuer. Ich denke, das habe ich ganz, äh, angenehm hinbekommen für mich, weil Serienvideos ist immer ein bisschen schwierig vom Editing her. Versteht ihr? Und, äh, Sache, die ich da gemacht habe, kein Range-Up, ich hätte echt gern Range-Up. Äh, Sache, die ich bei dem Video ein bisschen anders gemacht habe, war, ähm, ne, Eye-Toy ist, äh, ich befürchte es nicht von Apple. Sache, die ich da anders gemacht habe, war, also bei den Folgen, die ich hier eingeschaut habe, habe ich mir immer dann, ich habe eine kleine Liste gemacht, wo ich dann immer, äh, aufgeschrieben habe, was in der Folge lustig ist oder wie ins Werte passiert ist. Mit einem kleinen Time-Code, was das Editing sehr viel angenehmer macht. Ich habe das Gefühl, das ist eine gute Taktik, um Videos über Serien in den Hand zu nehmen. Ah, ne, 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 ne. Ich sage es mal so. Demnächst kommt ein Co-Op-Run. In dem habe ich dieses Item mitgenommen, okay? War nicht gut, war nicht gut, war nicht gut. So viel kann ich euch versprechen. Äh, ja, das Vita-Video will ich noch, will ich auf jeden Fall noch machen. Ich werde schauen, ob ich, ähm, dieses Jahr, ja, ich, ich werde es dieses Jahr machen, okay? Dieses Jahr ist lang, natürlich. Ich habe schon ein bisschen angefangen damit, ich mache das dieses Jahr. Ich mache das dieses Jahr, aber aktuell arbeite ich nicht dran. Äh, ich will auf jeden Fall, als der nächste Hand hat, den will ich, glaube ich, auch in absehbarer Zeit mit der Alpha noch vor dem Ende von Februar machen, ist da ein Video über den, ähm, fuck, wie heißt der nochmal? TurboGrafx-16 Handheld Slash PC Engine. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber er sieht auch aus wie so ein fetter Game Boy. Da kann ich dann ein bisschen, äh, den Leuten von dem, äh, von dem PC, äh, der oder dem PC Engine, nach dem, welcher T-Quall-Vorzug, da zählen. Das ist immer spaßig. So, wir werden, äh, der Run steht nicht gut da, deswegen werden wir ein bisschen was riskieren, Freunde. Wir werden ein bisschen was riskieren. Dieses Jahr, wir sehen uns in elf Monaten. Ja, ich meine, und wenn es so ist, dann wird es so sein. Ich meine, hast du das PSP-Video gesehen? Das war viel Arbeit. Das nächste Video wird relativ vergleichbar sein, dementsprechend, geben wir mal Zeit. Die Videos sind immer eine absolute Qual zu planen und dann, und dann muss man so viel filmen. Wisst ihr, wie viel man dafür filmen muss? Wisst ihr, ich glaube, das ist ein Schritt, den Leute gerne, ich meine, sie können es kaum, äh, nicht unterschätzen, weil sie, weil es die Sache ist, die Leute da regelmäßig machen, aber, wisst ihr, wie viel Scheiße, wie viel dumme Clips ich für diese Konsolenvideos immer filmen muss? Es ist eine Qual. Es ist eine absolute Qual. Ich glaube bei, ähm, bei dem, oh Gott, was war da der Name? Komm, ich hatte, New Geo Pocket Video, ich glaube, da hatte ich auch 150 Clips oder so, die ich gefilmt habe, also es ist eine Menge. Wahnsinn. Na dann wiederum, Gegner, die in meiner Nähe sind, oh mein Gott. Das ist Tainted Lost. Gegner, Charme, die in meiner Nähe sind, nicht die verkehrteste Sache. Wie wäre es mit dem Outtakes Video? Ich, ich, ich denke, es gibt nichts Uninteressanteres und Langweiligeres als Outtakes. Also wirklich, ich, 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 ich verstehe den Humor hinter Outtakes nicht. Ich finde das super langweilig und unnütz. Ich meine, du kannst einmal eine Stelle, die vielleicht Lustiges mal kurz drin lassen, aber, würde ich gezielt Outtakes anschauen? Nee. Nee, 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 Das ist ja alles scheiße. Ich meine, der Goathead ist gut. Er ist ein bisschen Goathead. Easy. Easy. Easy Entscheidung für mich. Wir haben immer noch keinen Shot Speed, aber, war nicht übel. War nicht übel. Ebenfalls mit, ich spiele alle PS2-Spielen für jeweils 10 Minuten. Ich glaube, ich würde gerne mal so ein Video machen, wo ich von irgendeiner, oder generell eine Videoreihe, oder vielleicht im Stream mehrere Streams dazu, wo ich alle Spiele von einer Konsole oder so spiele. Nintendo 64 ist aus irgendwelchen Gründen eine Konsole, die ich dafür, glaube ich, ziemlich cool fände. Aber mal schauen. Ich finde, es macht Sinn, dass manche Videos länger brauchen beim Editing. Dafür ist die Qualität auch sehr gut. Ich meine, ja, ja, ich bin, ich bin, äh, ich bin nicht zwangsweise jemand, der beim Editing zu lange braucht, weil, zum einen hasse ich es, Videos zu editieren. Zum anderen, ich habe meistens gar keine Lust, irgendwas Cooles zu machen oder so. Wenn ich das Zeug gefilmt und sowas habe, dann setze ich es einfach nur zusammen und, äh, denke da nicht zu viel mehr drüber nach. Äh, ich bin verhältnismäßig beim Editing selber, ähm, relativ schnell, würde ich sagen. Aber ich, ich mache auch keine zu aufregenden Dinge. Dementsprechend ist das zu erwarten. Was ist da rum mit dem Messersymbol auf der Map? Äh, keine Ahnung, da brauche ich aber zwei Bomben, um reinzukommen. Ich habe aktuell null. Äh, das ist, ja, das ist ein random Raum, da sind irgendwie Kisten oder sowas drin vielleicht. Soll ich das gleiche Symbol, dass auch der Shop hat? Ich weiß gar nicht, was das für ein Symbol darstellen soll. So, wir brauchen übrigens, warte, ich habe, warum habe ich kein, warum habe ich kein Geld und keine Bomben, warum habe ich nichts? Okay, interessant, 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 interessant. Wie lange wird der Run noch leben? Angriffsstärke ist natürlich, sobald wir mehr Range haben, ziemlich enorm. Das Problem ist nur, ich darf wirklich nicht getroffen werden. Venus macht, leistet übrigens fantastische Arbeit bisher, möchte ich anmerken. Run ist aktiviert, würde Doppel 2020 was bringen? Äh, ich glaube nicht, ich glaube nicht. vielleicht senkt es noch ein bisschen zusätzlich den Damage oder so, aber ich glaube, mehr 2020 sollte keinen Effekt haben. Wenn man aber mehr Quads Shot hat, das bringt was. Ja, wobei, vielleicht kriegt man Triple Shot, wenn man kommt eine Träne mehr, okay, es bringt auch was. Aber glaubt mir, 2020, das war kein Kandidat für den Crook Penny. Hahaha. Oh Gott. Schau dir vor, ich hätte den Crook Penny eingesetzt. Und dann wäre 2020 weg. Oh, nee, 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 das wäre, oh, mein Herz, wenn ich nur dran denke. Das ist nicht schön. Ich hätte aber gern mehr Bomben. Habt ihr Bomben für mich? Das hilft. Und da ist eine Bombe. Hilft ebenfalls. Und da ist noch eine. Yep. So läuft manchmal das Leben. Das eine für mehr Goldraum-Items wäre natürlich enorm wichtig gewesen, aber wie auch immer. Wie auch immer. So bin ich jetzt wenigstens nicht versucht, wenn ich einen Deal bekomme. Ich bekomme einen Deal. So bin ich nicht versucht, den Devil-Deal zu Crook Penny zu machen, was sehr wichtig ist. Hahaha. Ich weiß, dass ich gute Items habe und ich weiß, dass ich nur nicht getroffen werden darf für den Rest des Runs. Das ist ein bisschen das Problem gerade. Oh, das kann mir die Range geben. Komm schon. Raus. Rüch die Range raus. Nein. Oh nein. Oh nein. Das ist ein RIP. Das ist das absolut ein RIP. Mit der Range als Tainted Lost. Ach, nee. Hahaha. Oh nein. Das ist nicht die Range, die ich als Tainted Lost haben will. Hahaha. Ja, Venus muss jetzt Carrying. Ah, die gute Sache ist, beim Boss ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir Range up bekommen. So, der ist jetzt noch relativ gut mit der Range zu machen, aber ich hätte am liebsten die grüne Spritze. Erzählt das mal eure Art und schaut, wie ihr reagiert. Easy. Mein Damage ist natürlich enorm. Synth Oil. Range. Range. Wunsch. Oh, eine Wohltat. Eine Wohltat. Nee, komm. Gappi werden wir eh nicht. Die Piercing Shots sind natürlich sehr hilfreich. Die Frage ist, will ich mit dem Burn Penny? Nee, den Burn Penny will ich nicht bald, das wäre dumm. Nee, komm, wir gehen weiter. Ich mag Experimental Treatment, aber in dem Fall war es dumm, es mitzunehmen in so einer Situation, wo ich Ohohohohoho. Das war nicht knapp. In so einer Situation, wo ich Nee, nee, ist es aktuell nicht wert. Ähm, was wollte ich sagen? Ah ja, in so einer Situation, wo ich 1-Z auf keinen Fall verlieren darf, da ist es ein bisschen dumm mitzunehmen. Okay, so weit ist gut. Full Health. Full Health. Oh, meine Lieblingsgegner. Sehr schön. Ich hätte nichts gegen eine Holy Card. Ja, eine Holy Card wäre ganz nett, wenn wir eine für mich haben. Ach ja. Läuft gut soweit. Läuft gut. Läuft gut. Kein Problem, Freunde, kein Problem. Bleibt mal ganz entspannt. Läuft ja alles wie geplant. Oh mein Gott. Also Venus carried ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Okay. Ich will nichts hier von. Dann wiederum, wir nehmen das Säckchen. Komm, kupier. Im Säckchen hätte eine Holy Card drin sein können. Okay. Okay. Tut Venus? Jetzt sage ich nur meins, was macht Venus? Oder was tut Venus? Äh, Venus charmt Gegner, die relativ nah an mir dran sind manchmal und gecharmte Gegner greifen sich gegenseitig an. Sofern ein anderer Gegner da ist. Wenn nur ich allein da bin, dann greift der gecharmte Gegner trotzdem noch mich an. Letztes Jahr das reguläre Loss komplett abgeschlossen. Ich habe so keine Lust auf Tented Loss. Ich finde Tented Loss immer ziemlich spaßig, ehrlich gesagt. Es ist halt so ein, es ist ein simpler Charakter zum einen, was man bei nicht vielen Tent Charakteren hat. Und zum anderen ist es auch, es ist so ein High Risk, High Reward Charakter. Ich habe in dem Raum mit dem E4 Spinnen schon das Ende gesehen, weil der Raum viele meiner Tented Loss Runs gekillt hat. Ich meine, bisher wurden auch die meisten meiner Tented Loss Runs doch irgendwo gekillt. Oh Gott. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich weiß nicht genau, was der macht. Ich glaube, er macht abhin irgendeinen Punkt Brimstone. Ach. Jetzt macht er Brimmy. Aber kein Problem. Range! Die Range ist wieder gut. Nee, nicht. Ich glaube, das will ich nicht. Ja, RIP. Ich glaube, um einen Snife mitzunehmen, war ein großer Fehler. Ich dachte, es hat vielleicht die coole Synergy mit den Sensen oder so. Ich lag falsch. Ich lag falsch. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Ich denke, das Snife macht den Run nicht nur langweig, sondern ich denke, es killt den Run. Aber mal schauen. Mal schauen. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Ich weiß auch nicht, warum ich auf Ich wollte es nicht mitnehmen, aber dann dachte ich mir, vielleicht hat es ja ausnahmsweise mal eine Synergy. Und jetzt, wo ich es sowieso gratis bekommen habe, kann ich sie auch nicht einfach so liegen lassen. Ich war zu gierig, okay? Das ist eine Todessünde. Und das nicht ohne Grund. Und das nicht ohne Grund. Das will ich nicht, nimmt es trotzdem. Ja, aber es war gratis. Der Crooked Penny hat den Devil Dealer ausgezahlt. Bei dem Tier 3 und dem Tier 4 Item. Das kannst du dich einfach dann liegen lassen. Du kannst dich insgesamt Tier 7 an Items geschenkt bekommen und sie dann liegen lassen. Könnt ihr mir nicht erzählen. Ja, ich mag mal am Snipe halt auch irgendwie nicht. Vor allem habe ich das Gefühl, in Repentance muss man unfassbar hohe Feuerrate haben, damit man am Snipe mal nicht arschlangsam ist. Denn in der Regel ist es immer sehr, sehr, sehr langsam. Geh, 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 geh doch mal weg. Was? Wie viele Spinnenspawn habt ihr gerade gespawnt? Sieben Tier 1 Items schon? Tier 1 Items? Ich wüsste nicht mal, ich meine, ich schätze, man kann sie mitnehmen, aber Unterschied werden sie halt nicht machen. Kannst du mal aufhören? Sag mal, was ist das denn hier gerade? Wie viele Spornen die? Also ich kann nicht sagen, welcher anderer Charakter als Scented Lost jetzt gewesen wäre oder jemand, der nicht fliegen kann und nicht schon von Anfang an höheren Angriff hat als normal, dann wäre das sehr nervig geworden. Sehr, sehr nervig. Ja, das war nur noch gespawnt an dem Punkt. Tanted Lost meine Nemesis, ich kann aber auch nie Last mit ihm zu versuchen. Ich spiele gern mit Tanted Lost. Ja, der hat auch seinen eigenen Lost dabei. Ich wünsche, dass sie sich gegenseitig schaden könnten, aber manche wünsche gehen nie in Erfüllung. Also die Frage ist... Oh Gott. Booster Pack. Meine Frage war... Yes. Hermit, Temperance, Tour of Clubs. Sicher. Extra Boston. Uh. Uh. Was? Ich glaube, Emperor, äh, Freizeichen haben wir auch noch nicht verwendet bisher. Oh nein. Oh nein, das geht ins Negative. Das geht ins Negative. Es ist wild, ein Boss aus der zwei Ebenen tiefer ist als die, wo man gerade ist. Oh nein. Nein. Schon. Als ob du noch lebst. Aber wir haben ihn geschafft. Wir haben ihn besiegt. Wir haben ihn besiegt. Hätte schlechter laufen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. So, einfach nicht sagen, wir nehmen noch einen Cursed Room mit. Forsaken schafft man. Yeah, Forsaken war nicht so übel. Morgis Film war die gute Entscheidung, nicht zur Fahrschule zu fahren. Wie für die Theorie, oder was? Wahrscheinlich. Das müsste wahrscheinlich hier abgeholt werden. Ja, die Theorie hat Zeit. Die Theorie hat Zeit. Außerdem in der Theorie, in der Theoriestunde an der Fahrschule lernt man sowieso nichts Brauchbares. Sagen wir es, wie es ist. Sagen wir es, wie es ist. Außer von Leotix. Äh, frischer Sub. Wie viel lieben Dank. Wollen wir direkt ab. Hermit. Stunden sind so unnötiger, als mit der App gelernt. Ja, das, was du in der Theorie-Stunde brauchst, dann sollt, echt nicht in der, ich meine, zum Teil, aber irgendwie hauptsächlich nicht. Spreng den Sprengkörper unten links für Crawl Space. Was für ein Sprengkörper unten links? Absolut. Davon habe ich gerne eine Bombe. Zielgruppe Erwachsene. Ja, die Sache ist, Isaac ist zu brutal und bei Twitch muss man dann, ist ab 18. Ja, ich habe in der Fahrschule gelernt, das. Goldraum wollen wir auslassen, denn wenn man den Goldraum aussetzt, kriegt man eine Planetarium-Chance von 20% dazu und ich mache The Beast, das heißt, wir werden sowieso dann am Ende nochmal zurückgehen und dementsprechend werde ich den Goldraum noch mitnehmen können am Ende und sollen wir noch die Chance, die realistische Chance, dass wir ein Planetarium bekommen. Yo, listen, ist fantastisch. Sofern ich eine Bombe irgendwo finde. Secret Room. Aber mir fehlt doch eine Bombe. Im Fünfer nehme ich mit. Habt ihr erst 40 Minuten verpasst? Was habe ich verpasst? Warte, ich streame schon seit 40 Minuten? Ich habe nichts geschafft. Au! Ich habe nichts geschafft. Es gab bisher noch nichts zum Verpassen. Das war so meine persönliche Isaac-Erfahrung. Ich meine, bei mir nicht zwangsweise die Isaac-Erfahrung, aber definitiv Tainted Lost. Wir sparen mal das Geld auf. Tainted Lost Runs gehen sehr schnell zu Ende. Judgment. vor allem, wenn der Raum voll mit Spinnen ist. Wenigstens können wir den Boss schnell killen. Ach. Nicht der Boss. Warum halten die so viel aus? Oh, mein fucking Gott. Haaaaaaah. Wie steht jetzt so Hungry Soul? Hungry Soul oder Conjoint Chance? Was, was würdet ihr meinen? Weißt du, wann man der Multiplayer wiederkommt? Äh, ja, der kommt in zwei Wochen wieder, aber man kann auch einfach über dieses Steel Remote Multiplayer spielen und das ändert nicht allzu viel. Hungry Soul, Hungry Soul, Hungry Soul, Conjoint. Ja, nehmen Hungry Soul. Ghost Baby sehen wir ja oft genug. Range Up, Balls of Steel, das Range Up hätte ich mal im letzten Run gebraucht. Aber ich finde trotzdem keine Bombe. Ich finde trotzdem keine Bombe. Unglaublich. Kann nicht sein. Da muss doch irgendwo der Sprengstoff versteckt sein. weil ich weiß, dass da ein Secret Room ist. Der ist quasi Discount C-Section irgendwie. Ich denke, für Tainted Lost Run kann das ganz angenehm sein, damit ich mich ein bisschen entfernt halten kann von den Gegnern. Oh, ich hasse es übrigens, dass ich es schon wieder geschafft habe, die, ähm, Holy Card zu verschwenden. Wie viel hast du heute vorzustreamen? Bis 22 Uhr um den Dreh. Ja, bei Zombie waren alle Pillen gut. Was, was, was war das für ein Schwachsinn? Welches ist mein Lieblingscharakter? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, mit Lost, Tainted Lost, kann man immer spaßige Runs haben. Tainted Keeper ist immer, ist auch immer ein Garant für einen Run, der sehr broken wird. Bis 22 Uhr bist du noch keine 20 mehr, Kollege. Ne, ne, 22 Uhr ist, äh, das ist die angemessene Zeit, glaub mir. Äh, wir springen den weg. Trinket. Will ich Super Sigi mitnehmen? Wir nehmen Super Sigi mit. Oh, ne, wir nehmen das mit. Der Crawl Space ist doch ganz nett. Jo, List hat sich jetzt schon gelohnt. Kann man nicht mit Onato bin ich einfach nur, äh, blind. Äh, ich weiß nicht, ob man so einen Streamlabs-Link bei YouTube in die Beschreibung packen darf, ehrlich gesagt. Ich habe nie nachgeschaut. Äh, ja, es gibt noch den Streamlabs-Link auf, äh, Twitch, aber ich glaube, man darf in die Beschreibung packen, oder? Ich habe keine Ahnung. Außer, wenn wir dabei sind, 10 Euro von, äh, Yak-Ya vor einer Minute. Das war, das war nicht super, das war tatsächlich normale Mission. Okay. Äh, viel, viel lieben Dank, viel, viel lieben Dank. Und Mayonnaise ist in der Tat kein Instrument. Außer von, äh, von Blaulab-Red zwei Gift-Subs. Ja, doch, zwei Gift-Subs. Ich, ich versuche gerade herauszufinden, wie das... Warte, wann war das? Warte, das ist doch ewig. Vier Minuten. Okay, ist nicht so lange her. Für Infinite und der Dornenkönig. Viel, viel lieben Dank. Isaac ohne Zombie. Ich befürchte leider, ja. Aber, wir haben heute, äh, nicht heute, wir haben diese Woche drei Folgen aufgenommen. Wo, glaube ich, morgen die erste kommt? Naja, Trinket in Bossraum sollte ich nicht vergessen. Außerdem, unfassbar gutes Item gerade gefunden. Bin mir nicht sicher, wie... Ich glaube, Tractor Beam ist auch so ein Item, dem Leute eher neutral gegenüberstehen. oder viele zumindest. Ich denke, für die meisten Runs ist es eine gewaltige Bereicherung. Nach dem heutigen Video, welches meine liebste Spawnshop-Folge? Oh, ich habe keine Ahnung. Ey, ich habe keine Ahnung. Warte, ich wollte gerade sagen, ich will Liberty Cap eigentlich mitnehmen. Wofür will ich Liberty Cap überhaupt mitnehmen? Ich werde doch eh gleich A-Plus bekommen. Tractor Beam ist eins meiner Lieblings-Items. Ja, das ist die richtige Einstellung. Außer von der einzig wahre Troll-Face 19 Monate Resub von der Boorique. Gifts up für UG Grammarie. Wie, wie lieben Dank von Fikes. 16 Monate Resub. Auch dafür. Wie, wie lieben Dank. So. Tractor Beam macht Homing halt effektiv nutzlos, aber ansonsten ist gut. Ja, das stimmt, aber ich habe das Gefühl, Tractor Beam finde ich ehrlich gesagt noch besser als Homing. Wenn ich die Wahl habe zwischen Homing und Tractor Beam, ich würde mich für Tractor Beam entscheiden. Einfach weil, wenn man, man bekommt ja sehr oft Conjoint in dem Spiel, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, und Tractor Beam und Conjoint ist halt einfach direkt knapp dreifacher Schaden. Ist nicht ganz dreifacher Schaden, weil man natürlich durch Conjoint kleines Damage down bekommt, aber ist schon stark. Ist schon stark. Ganz zu schweigen davon, wenn man so einen Schabernack wie, ähm, Crickets Body oder sowas bekommt. Dann geht der Spaß erst richtig los. Geht ihr eh mal weg? Dankeschön. Und zwischen Homing und Brainwurm, ich mag Brainwurm nicht so. Ich würde mich also für traditionelles Homing entscheiden. Also für Brainwurm funktioniert auch in der Regel nicht so perfekt wie normales Aiming. Brainwurm ist sehr durchwachsen. Es ist fantastisch, weil es einfach nur ein Trinket ist, aber... Äh. Nee, wir bleiben bei Planetarium. Uh, BFF. BFF müssen wir haben. Aber vergleiche ich mit den richtigen Items? Naja, nicht so sehr. Seed bitte. Wofür? Hier. Gibt es den Mod, in der alle Pilze und hier wo Pipelze ersetzt werden? Ich meine, es gab, keine Ahnung, als der After 12 Plus rauskam, aber ansonsten glaube ich nicht. Es gibt die einzige Mod mit realistischen Maßstäben, aber ich glaube, da sind nicht allzu viele Pilze drin. Spielt wirklich jemand den Seed nach? Vielleicht. Früher habe ich immer, ich weiß noch, da wollte ich immer bei jedem, von jedem Runded Seed in die Videobeschreibung schreiben. Manchmal habe ich dann, während des Runs kann ich startet und konnte die nicht reinschreiben. Das war ärgerlich. Das habe ich lange aufgegeben. Das habe ich lange, lange aufgegeben. Ich muss auf jeden Fall anfangen, ein bisschen vorsichtiger zu sein in diesem Run. Ich darf meine Holy Card nicht wieder so random verlieren. Ich habe den einen oder anderen Run mit Seeds gemacht, aber ich habe das Gefühl, Seeds habe ich auch nur wirklich in Rebirth eingegeben und danach war ich darüber auch so weit hinweg. Lucky Pen Uh, wir haben aber null Schlüssel. Hat jemand einen goldenen Schlüssel für mich? Ich habe eh keine Bombe mehr. Wir können in den Shop schauen. Ich bin lange äh, Fanschitzel, dass du immer noch stramm mit Isaac Gameplay am Start bist. Äh, mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Genau, ich wollte BFF mitnehmen. Oh, stark, wir können es mitnehmen. Oh, wichtig, 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 wichtig. Wisst ihr was? Wir nehmen den Goldraum mit. Wenn ich BFF habe, dann will ich auch darauf hoffen, dass ich Begleiter bekomme. Gott, das war so knapp. Zum Glück habe ich den mitgenommen. Nee, mir ist gerade nicht danach zumute, okay? Oh Gott, den Boss jetzt ohne, ohne Bomben machen, das ist eine Wohltat. Oh nein. Ah, läuft gut, wir haben fast, wir haben fast die Hälfte. bin ich ja schon so gut wie fertig. Ich hätte einfach ausweichen sollen an dem Punkt. Na dann wiederum hätte ich Fruity Plum bekommen, das will ich ja auch nicht. Lag ab, aber zwei Schlüssel, zwei Schlüssel sind okay. Es gab eine Zeit, der hat Mogi den Planet mitgenommen. Aber nicht mit Tainted Lost. Nicht mit Tainted Lost. Ja, wenn ich Tractor Beam finde, dann können wir auf dem Rückweg über Tiny Planet nachdenken. Oder ich glaube generell einfach irgendwas, das Aiming ist. Aber ja, regulär. Ich meine, Tiny Planet wurde ein bisschen gebufft. Aber ich glaube trotzdem, dass Tiny Planet keine gute Idee ist. Schon leiden, weil ich dann keine Range mehr habe. Die Plammflut hätte ich bekommen, wenn ich gewartet hätte, bis Plamm abhaut. Aber ja, die Plammflut will ich halt gar nicht haben. Kein so gutes Item in meiner Welt. Was macht der denn jetzt? Komm schon. Nee. Nee. Die Pillen haben sich bei mir wieder verscherzt. Keine Pillen mehr für mich. Außer finden, was das mir gute Pillen gibt. Oh Gott, dieser Raum. Was ist das? Was ist das hier jetzt schon wieder? Gott! Was sind denn die Spawner heute so aggressiv? Das gibt's doch nicht. Blank Card. Blank Card könnte natürlich den großen Unterschied für Tainted Lost machen. Das könnte er alles ändern. Mit der Blank Card sind wir nur eine Holy Card davon entfernt, den Run zu gewinnen. Ziel des Runs befehlt mir Tainted Lost noch The Beast. Also, ganz einfach. Ganz einfach wird das alles. Wir haben auf jeden Fall schon mal das Geld für die Blank Card. Ich nehm sie direkt mit. Damit ich sie auch wirklich hab. Falls irgendwas unterwegs schief geht oder so. Humbling Bundle wäre natürlich auch stark, aber wir bleiben erstmal bei der Blank Card. Apropos Humbling Bundle. Ich hab auf Humble Bundle immer noch meinen Monthly Bundle laufen und Das ist die Sache, die machen es einem nicht so leicht zu kündigen. An sich, ich glaub von den Monatsspielen hab ich länger nicht mehr reingeschaut, aber man kriegt, wenn man im Humble Store dann was kauft, ich glaub 20% Rabatt, ne 10% Rabatt, wenn man, äh, für gewisse Länge das Monthly Bundle laufen hat. Deswegen fällt es mir schwer zu kündigen, versteht ihr ja? Das ist ein bisschen unangenehm. Ich sollte wahrscheinlich kündigen. Ich weiß, dass letztens diese eine, das war ein Spiel, das war ursprünglich eine Skyrim-Mod. Ich glaub, das ist ein bisschen mit Zeitreisen und man ist irgendwie, man reist ins, äh, antike Rom oder so. Muss dann den Mordfall aufklären. Keine Ahnung, wie's heißt. Das will ich auf jeden Fall, äh, mal noch spielen. Das ist irgendwann letztens drin. Das weiß ich, weil Maeve mir das geschrieben hat. Und Maeve mochte das. Forgotten City, ja, Forgotten City, genau. Mit der Blanker des Lover's Question Mark, ziemlich lustig. Oh yeah, ist ja egal, wenn meine Herzen zu, äh, gebrochenen Herzen werden würden mit Tainted Laws. Oh, das wär stark. Außerdem von David B., 27 Monate, resub. Und von Abysma, äh, frischer Sub, baby, lieben Dank. Gestalt mal Tainted-Charaktere frei. Ah, dafür musst du erstmal zu The Beast kommen. Und, äh, ja. Dann brauchst du den Red Key. Ich hab das Gefühl, wenn du erstmal zu, The Beast gekommen bist, dann musst du dann, aber bevor man gegen Dogma kämpft, kann man dann eine Wand aufmachen und da ist dann ein Tainted-Charakter drin. Ja. Das ist im Grunde, worauf es hier ausläuft. Ah, kann ja Secret Room sein? Ich glaub nicht. Aber hier unten. Ja, die Musik ist von der Motta, das ist nicht die original Musik aus dem Spiel. Oh, man stimmt mit zu viel gebrochenen Herzen als Tainted Laws. Mies. Mies. Wie kommt man zu The Beast? Äh, da, ich... Das ist, äh, nichts... Das ist schwer zu übersehen, wenn du es erstmal freigeschaltet hast, aber... Oh, stark. Ich weiß nicht, was man alles machen muss, um den Weg zu The Beast freizuschalten. Also, äh, keine Ahnung. Du wirst auf jeden Fall dann sehen, dass auf der Ebene von Marm, da ist dann so eine Tür. Und die kann man durchgehen dann, aber... Die muss man erst freischalten. Fuck. Was soll ich damit? Das ist genau das Falsche. Ich brauch Deck of Cards. Nee, 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 nee. Dreimal Hasch muss man dafür besiegen. Warte, ich hatte noch nicht dreimal Hasch besiegt. Als ich Repentance gestartet hab? Um Beast freizuschalten, reicht es einmal Marm zu besiegen? Nein. Nein, nein, nein. Ich mein, es war zumindest anfangs nicht. Ich hab ein bisschen gebraucht, bis die Tür bei mir aufgetaucht ist damals. Die kam nicht so schnell. Ich weiß nicht, wie sicher ich auf den Felsen bin. Das gefällt mir nicht. Dreimal Hasch für Mother. Oh, man muss einmal Mother besiegt haben, um Beast freizuschalten. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Nee, komm, wir machen mehr eure Devil-Due-Chance. Ich denke, das ist sinnvoll. Ansonsten Gehen wir weiter. Äh, oder? Ja, ja, doch. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Außer von Compi3 für 5, 17 Monate. Wie sub? Wie viel lieben Dank. Ich hab letztes Jahr erstmal einen Hasch geschafft. Äh, Glückwunsch. Hasch ist übel. Der kann mies sein. Wolltest du nicht sagen, das macht Sinn? Äh, nee. Macht Sinn ist, äh, streng genommen an sich natürlich falsch. Nicht, dass jemand interessiert, aber... Nein, ich hatte nicht vor, Macht Sinn zu sagen. Um die Frage zu beantworten. Ah, was ist das für hier Schönes? Ein bisschen rausworfen dafür. Uh, stark. Stark. Und dafür können wir auch Lord of the Spiders werden. Der gute Lord of the Spiders. Ich sollte nicht in den Chat schauen, während ich Räume betrete. Dass das Nachricht nicht mehr wirklich angewöhnen muss. Warum mach ich das immer? Wie kann's sein, dass ich nach, keine Ahnung, 400 Stunden Isaacs-Streamin das immer noch nicht gelernt hab? Ich saß gerade wieder da und dachte mir, oh ja, was wäre eine Chat-Nachricht, die ich vorlese und darauf eingehen könnte. Und dann dachte ich mir, nein, warte. Da sind Gegner und ich bin Heine davon entfernt zu sterben. Ach. Irgendwann lerne ich's. Irgendwann lerne ich's. Irgendwann lerne ich's. Ich sollte einfach auf Emote-Only oder sowas stellen. Bombe. So, der beste Moment, die eine Millisekunde, die der Raum braucht, zu laden. Yeah. Außer von Kartoffel-Lappen-HD zwei Giftsabs für Jail-Gamer, glaube ich, und Floria-CC-SN. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Wieso nachliest hast du? Nein, ich liese gar nicht weiter. Yes! Freunde, wir müssen nicht mal mehr über verschwändete Zeit reden. Es ist nämlich gerade passiert. Ich soll sie direkt erstmal einsetzen. Fällt mir gerade auf. Ich sollte sie erstmal einmal einsetzen und dann reden wir weiter. Ich werde nicht Pal-Wald holen. Ich dachte, Pal-Wald könnte lustig werden, nachdem ich den ersten Trailer gesehen habe, aber das Gameplay sieht... Es sieht halt genauso aus wie Pokémon irgendwie und... Ich weiß nicht, ob das Teil des Witzes ist, aber es sieht echt scheiße aus. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, sie hatten ihr ganzes Geld in den Trailer gesteckt und danach war... nicht mehr zu viel fürs Spiel übrig. Sieht nicht zu interessant aus. Uuuh, mächtig. Was will der denn? Was? Nein! Nein! Was? Ich war mir so sicher, es wird jetzt vorbei sein. Ich war mir so sicher, dass das Ende... Das ist nicht gut, wenn der eine Brimstone macht und der andere sich denkt, oh ja, was, wenn ich jetzt einfach auf dich zusprinten würde? So, wir nehmen das Säckchen mit, vielleicht ist die Batterie drin... Oh mein Gott. Dankeschön. Wichtige, wichtige, wichtige Batterie für mich. Wichtige Batterie. Pal-Wald hat vom Gameplay kaum was mit Pokémon zu tun, aber es sieht genauso aus. Aber nee, nee, keine Ahnung, es sieht nicht lustig aus. Keine Ahnung. Paralysis, schwarzes Herz. Naja. Naja. Ancys. Ach, da oben ist ja... Ach, die Secret Rooms kann ich noch... Nehmen wir noch die Secret Rooms mit. Kann ich auch direkt noch in den Cursed Room rein. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier die Bombe legen muss dafür. Es ist ein uneheliches Kind von Ark und Pokémon. Das klingt ehrlich gesagt noch schlimmer. Spiel sieht cool aus, was macht man da? In Isaac geht es darum, zu überleben. Da, willkommen, Maeve. Oh, 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 oh. Und der Zombie, siehst du, was ich hier gerade bekommen hab? Ich glaub, einen Rainstorm kann ich mir nicht leisten. Ich hab der Blank Card und der Holy Card. Das könnte ein wilder Run werden. Ein wilder, wilder Ritt. Und ich hab erst über eine Stunde gebraucht, um so weit zu kommen. Gut, alter Tainted Loss. Are you a wizard? I found pills. Ich hab ja nächste Woche, mein Plan ist ja meine drei, vier, eher vier freie Tage zu machen, okay? Ich glaub, ich will da, ich muss da noch irgendein Videospiel spielen. Ich glaub, ich sollte am besten einfach Baldur's Gate weiterspielen. Das hab ich nämlich ehrlich gesagt seit dem, äh, seit dem Balthasar-Debakel hab ich's nicht mehr weitergespielt. Ah, ich hab das Gefühl, ich soll's mal wieder starten. Aber ich will, ich weiß und ich will's, ich will das Spiel irgendwie auch nicht spielen, wenn ich nicht frei hab, weil, keine Ahnung, weil, was willst du Baldur's Gate für drei, vier Stunden oder so spielen? Hä? Das lohnt sich ja gar nicht anzufangen. Uh, Holzkisten. Dice Shard. Oh, ich kann Dice Shard nicht mitnehmen. Das ist bitter. Baldur's Gate streamen? Nee. Ich mein, ich würde es an sich gerne streamen. Ich glaub, es wär lustig. Ich würde einfach, keine Ahnung, Akt 2 oder was auch immer machen. Rer, äh, Stop Reroll. Ja, können wir versuchen. Das Problem ist nur, ich komm aktuell nicht weiter. Baldur's Gate ist schlechtes Streamgame, TBH. Es ist ein schlechtes Spiel, um das Spiel im Stream durchzuspielen. Ich denke, für einen Stream ein bisschen, äh, Baldur's Gate schabernackt machen, wär lustig. Ey, ich müsste jetzt auch nicht das ganze Spiel, äh, im Stream durchspielen. Das wär mir, glaub ich, auch ein bisschen zu viel des Guten. Box of Friends ist halt auch nicht verkehrt, aber weg damit. Ich mein, wenn der Battery Buddy in einem wichtigen Kampf sich dazu entschließt, mit einer Batterie zu droppen. Freunde, dann sind wir aber im Spiel. Speedrun von Baldur's Gate? Ne, ne, das muss nicht. Das muss nicht sein. Okay, weiter geht's. Was ist mein Charakter in Baldur's Gate? Äh, ich bin ein Hexenmeister-Tiefling. Und meine Gruppe, meine, also die Gruppe, mit der ich immer spiele, sind Schattenherz, Gale und, äh, Carlag. Oder Carlag, ich weiß nicht. Sie spricht sich selbst, äh, Lag, äh, Carlag aus, also. Das klingt komisch, das klingt so, als würde ich ein Auto abschlecken wollen oder so. Ich glaube, ich werde sie einfach Carlag weiter nennen. Ich habe es in meinem Kopf auch immer Carlag genannt. Oder wie, wie fühlt ihr euch an der Autoschlecker, äh, Front? Das klingt komisch, wenn man's Carlag ausspricht, oder? So. Schub da Wub! Boah! Die sagt auch Schlagsahne statt Schlagsahne. Den Spruch habe ich damals nicht verstanden, weil dieses, äh, Schlagsahne so sagen, dass das machen Leute in Bayern nicht. Deswegen ich, ich dachte, es wäre einfach nur eine schlechte Übersetzung, aber ich schätze, ergibt Sinn, wenn man so einen Fuli oder so hat, der dann die Schlagsahne raushaut. Hahaha. Hahaha. Hanged Man? High Priestess, äh, einfach nur High Priestess. Ne, wir gehen nochmal weiter. Soll ich meinen Führerschein gemacht habe, bin ich zweimal Auto gefahren. Ah, oh Gott. Ich meine, ich sollte nicht so viel Angst haben vor explodierenden Pilzen, weil ich, ich kann direkt wieder eine Holy Card verwenden, aber man will ja trotzdem sein Glück nicht zu sehr herausfordern. Was bringt Tainted Lost eigentlich? Wie was bringt Tainted Lost? Du meinst, was das besondere Tainted Lost ist? Was den Charakter bringt, ist immer relativ, aber uh, Ace of Diamonds. Oh. Stark. Äh, Tainted Lost kann nicht getroffen werden und, äh, bei Tainted Lost ist auch Items, wenn man Items hat, die von einer, ähm, geringen Qualität sind, werden sie nochmal re-roded und haben das Potenzial, bessere zu werden. Also hat man prinzipiell generell etwas bessere Items mit Tainted Lost und keine HP Ups und sowas und man wird prinzipiell relativ stark in dem Tainted Lost Run, wenn man nicht stirbt. Und in der Regel stirbt man. So, ich hab mir da unten mal noch ein bisschen Geld gemacht, wenn das okay ist. hab der Taverne des letzten Lichtes das Licht genommen. Oh, das ist mies. Zwei von denen? Ich frage mich, wie es in Baldur's Gate ist, wenn man so einen bösen Run macht. Ich hab das Gefühl, dass es ein Spiel, in dem, äh, so ein böser Run tatsächlich einen Effekt hat. Im Gegensatz zu Witcher 3, wo irgendwie sich nicht allzu viel ändert. Ich hab ein Baldur's Gate 3. Da wird die Welt untergehen. Da sterben Leute. Da sterben sie gewaltig. Wie sehr mag ich Asa-Serie? Ist okay. Witcher 3 lieben nicht die Leute trotzdem, egal was für ein Arsch du bist. du kannst dich zum Beispiel nicht auf die Seite von Hurensohn Junior schlagen. Schlicht und greifend nicht möglich. Außer von der North Trader, 29 Monate, hab ich sub, wie, wie lieben Dank. Gehört heute nur Biest Versuch mit Tainted Lost. Ich weiß auch nicht, ich hab gesehen, was mir sonst noch für Charaktere fehlen. Da dachte ich mir, äh, vielleicht mach ich ein bisschen Tainted Lost. Oh, da kann ins Feuer rein. Interessant. Die anderen Charaktere sahen so spaßig aus, dass ich mir dachte, wie wär's mit ein paar Tainted Lost Trice. Ja, mit den 60 Münzen und dem Shop könnte gut werden. Ich hoffe, wir haben vielleicht noch ein Steam Cell da. Ist gut. Lass ich mal noch ein bisschen weiter rumschauen. Runeback. ist nicht mein Lieblings-Item. Er ist okay. Oh ja. Nee. Nee, ich mach, äh, das mach ich auch nicht. Geh mal weg. Tainted Lost kann auch Tier-0-Items oder so haben. Nur die Sache ist, wenn ein Tier-0-Item spawnt, wird er stattdessen nochmal re-rollt und hat dann die Chance, dass es ein besseres wird. Aber man kann trotzdem Tier-0-Items bekommen. Es ist nicht so, dass die aus dem... Zumindest wäre es mir neu, wenn die aus dem Pool raus sind. Doorstop. Habe ich eigentlich da, wo ich Perfektion gefunden habe, habe ich da ein Trinket dann hingelegt auf der Ebene? Schau dir zukünftig Mods mit Charakteren slash Items an. Ah, ich weiß nicht. Ich habe reingeschaut und ich hatte eigentlich nicht wirklich Lust darauf. Mein Gott, ich habe 80 Cent. Heute leben wir das Leben, Freunde. Black Rune? Black Rune ist natürlich verlockend. Außer von Nickel Nick, äh, frischer Sub, wie viel lieben Dank. Aber letztendlich Dead God geschafft, die wieder Tainted Jacob. Das war Dead God nicht das Hauptproblem, dass man alle Items erst noch finden muss. Die stelle ich mir sogar fast noch ein bisschen nerviger vor als Tainted Jacob. Okay. Äh, ja, doch, doch, doch. Jumper Cable ist nicht verkehrt. Ist nicht verkehrt für mich. Treasure Map brauche ich jetzt nicht. für sieben Cent auch noch, auch noch reduziert. Auch noch günstiger, Freunde. Äh, Hive Mind, äh, ach komm, nimm mit. Nimm mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. Ja gut, dann sind wir soweit ja, ähm, also, prinzipiell sollte es mir nicht mehr möglich sein, in Bosskämpfen zu sterben. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das, das war, das waren gerade ein paar wilde Pickups. Ein paar wilde, 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 wilde Pickups. Nicht recht, piep. Genau, das ist der, der nicht hochspringen kann. Ich brauche noch was, damit ich mein Spaceball-Item zweimal aufladen kann. Das fehlt mir noch in meinem Leben. Jetzt stellt sich nur eine wichtige Frage. Nämlich die Frage, wie werde ich diesen Run noch ruinieren? Oh, da ist die, Ah ja, ich habe ja auch noch die Battery-Buddy. Der alte Battery-Buddy, natürlich. Eye of Belial muss sein. Eye of Belial muss natürlich noch mit. Also, ich denke, den Lipstick werde ich mal eben black runen. Tears und Lack ab, sehr schön. Dann wollen wir noch in den Boss-Challenge-Room reinschauen. Jetzt sehe ich den Effekt endlich mal. Oh ja, oh ja. Und Challenge-Rubber noch der Stapler. Ja, da bin ich noch hin. Ich würde nur schauen, dass ich noch ein bisschen stärker werde. Und jetzt nehmen wir ihn mit. Siehst du, die Tiers gehen durch und dann bekommen sie Auto-Aiming. Bringt gegen einen Gegner nicht zwangsweise zu viel, aber ist schon ganz hilfreich, wenn man mehrere hat. So, bei dem nochmal, wenn es dunkler wird, macht er seinen Brimstone. Ne, warte, das war der mit dem Verband. Der macht seinen Brimstone immer nur noch unten, glaube ich. Der kann ich, glaube ich, gar nicht zur Seite machen. Ja, genau, das ist der harmlose. Ja, Curse-Room kann ich auch noch rein, ich weiß, da will ich noch rüberschauen. Oh ja, Doorstop-Trinkette ablegen. Genau, 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 genau. So viel zu bedenken. Was? Okay. Okay. Dann, dann soll es wohl so sein. Wenn das Spiel es so will, wie soll ich denn an dem Punkt noch Nein sagen? Wir haben gerade sehr viele, sehr, sehr, wir haben eigentlich nur gute Eintests in diesem Run gefunden, so ziemlich. Wir haben wirklich kaum schlechte Items. Ah ja, Crack-Key kann ich nicht mitnehmen, wegen Holy-Kart, das stimmt. Wir können das Trinket aber trotzdem oben ablegen. Könnte ich trotzdem einen coolen Red-Room mitnehmen. Ich bin gespannt, ob er den Run noch verliert. Wer nicht das erste Mal. Wer nicht das erste Mal. Früher war der Goated in jedem Run, heutzutage nicht mehr so sehr. Nicht mehr so sehr. Oh mein Gott. Nee, ich hasse Technology. Ich mag Technology nicht. Das hat nie coole, das killt immer alle Synergies. Will ich nicht. Das macht mir keinen Spaß. Soul of Bethany? Okay, warum nicht? Ah ja, die schießen ja mit mir mit. Das finde ich ganz nett von ihnen. Nein! Die Whists haben es abgefangen. Ich weiß, ich hätte sowieso eine Holy-Karte. Aber Gott, diese dumme graue Kiste. Ich vergesse jedes Mal, dass ich sie inzwischen freigeschaltet habe. Jedes Mal aufs Neue. Ach, auf einmal ist das Alte, was alle Synergies gilt doof. Ja, ich meine Mom's Sniper, ich bleibe dabei, Mom's Sniper, gratis, was hätte ich machen sollen. Was war dieser Automat? Äh, das ist ein Kranspiel, an dem kannst du ein bisschen spielen und vielleicht kriegst du Item raus. Insgesamt sind immer drei Stücke dem Automaten. Aber ich glaube, mein Geld ist besser im Shop aufgehoben, vor allem, weil ich Restock habe. Ja, prinzipiell sind die Automaten immer ganz gut. ich wünsche, ich könnte zwei Trinkets ich glaube, ich rüste es aus, bevor ich in den Shop und in den Goldraum reingehe. vielleicht kriege ich was, womit ich zwei Trinkets tragen kann. Wie kann man den Kran freispielen? Ah, man muss mit irgendjemandem Mega-Satan machen. Tainted Judas oder sowas? Kann das sein? Wäre das möglich? Mega-Satan mit Tainted Samson? Okay, Mega-Satan mit Tainted Samson war es. Ja, Mega-Satan mit den Tainted-Charakteren hat immer den guten Stoff. Das lohnt sich immer. Meistens. Wir werden so oder so der Lord of the Spiders. Rocks and other obstacles spawn two blue spiders when destroyed. Ne, ne, wir machen lieber nochmal die Slowing Tears. Ja. Gibt keine Spinnen mehr, die mich aufhalten können. Dry Baby! Naja. War ein Versuch wert. Baby-Spider bringt doch das. Oh Gott. Bisschen gruselig. Uh, Soul of Isaac. Bisschen gruselig dieser Raum, muss ich gestehen. Genau, Lord of the Spiders bringt das, äh, Spinnen, die normalerweise hostile sind, dass sie ja neutral sind, oder? Oder werden sie direkt zu blauen spinnen? Ist das eine Sache mit dem, äh, mit dem Lord of the Spiders? Oder bringt er wirklich nur diese eine Spinne, die hin und wieder angreift? Wahrscheinlich letzteres, oder? Okay, bringt also wirklich nur die Spinne. Naja. Okay. Ist trotzdem noch eine der besseren Transformationen. Doppelte Boss-Items? Ja, brauche ich an dem Punkt nicht mehr wirklich. Card-Reading brauchen wir auch nicht. Ne, ne, wir werden sparen lieber. Ne, wir gehen an den Kran. Was haltet ihr von ein bisschen Krane, Berger? Heißt ihr Spider-Baby permanent Lord of the Spiders? Ich hoffe es. Oh ja, Soll auf Eis kann ich denn den Devil-Deal mitnehmen. Oh yeah, yeah. So, ich bleibe auch mal bei meinem keine Active-Items Item für den Devil-Deal. Nämlich keine Lust, dass da irgendeine Scheiße rauskommt. Aber das ist so gut, dass die Devil-Deals offen bleiben, mein Gott. Können wir noch ein paar nette Dinge rausbekommen. Schlüssel, kommen die mir auch noch mit. Die Ebene ist komisch aufgebaute irgendwie. Das ist ein sehr unfreundlicher Raum, möchte ich anmerken. Sehr unfreundlich. Drei von dem Blimstone-Typ und dann kommen noch zwei Hände runter. Nicht nett. Soul of the Forgotten. Ah ja, dann ist der für einen Raum dabei. Ne, das verwirrt mich nur, den will ich nicht. Und das Geld kommt halt auch einfach rein. Das wird auch nicht weniger. Wenn wir Krampus bekommen, dann gibt es aber die Kohle für mich. Oh nein. Potenziell problematischer Boss. Eye of Belial carried aber ungemein. Puh. Komm, das nehmen wir mit. Ah. Sagen wir mal, wir wollen hier mal kurz durchcyceln, okay? Conjoint. Ich habe null Conjoint bisher. Ne, wir cykeln durch. Da hat mich nichts zu sehr angesprochen. Daher kriegen wir was besseres raus. Ich werde auch meinen Trinket noch mitnehmen, bevor ich das vergesse. Das wäre nämlich nicht gut für mich. Wenn wir schon mal da sind. Ich will wissen, was nach Technology hier drin wäre. Äh. Nee. Nee, 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 nee. Dann wiederum könnte ich da auch durchcyceln. Dann wiederum könnte ich da auch Dann wiederum könnte ich da auch mitnehmen. Dann wiederum könnte ich da auch Komm schon. Nein! Yes! Wir cykeln hier durch. Hm. Was ne Scheiße. Was ne Scheiße. Ich hätte... Warum habe ich auch meine Active Items Teil weggelegt? Seht ihr, wie sehr ich das bereut habe? Wie nur Active Items direkt wieder kamen? Absolute Scheiße. Nimm mit oder war ich... Ah, okay. Okay. Okay, wir sehen was. Wir... Wir nehmen Technology mit. Wir... Wir versuchen es. Ups. Das war wirklich nicht meine Absicht. Aber ich glaube, das hat den Run gerettet. Das wollte ich wirklich nicht. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ich verspreche es euch. Und das war der Run-Saver-Move. Wir können hier noch schnell rein. Naja, wild. Naja. Schade, schade, schade. Schade, schade. Dann wird es wohl leider so sein. Keine Technology für uns. Ich habe den Secret Room noch nicht. Lassen wir mich den mal noch mitnehmen. Der hat nämlich was Gutes. Habe ich... Oh, ich habe gar keinen Speed dazu bekommen im Laufe des Runs. Das ist nicht gut. Dann müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Ja, ansonsten gehen wir weiter, würde ich sagen. Gibt es eigentlich noch... Oh, wait. It's not Butterbean. Ah ja, das war irgendwie eine Sache, dass es auch eine gibt, die gut ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das Risiko gar nicht erst eingehen. Gibt es auf der Ebene noch was für mich zu machen? Ich sage einfach mal nein. Und wir gehen in den Devil Deal. Und nehmen Bruder Robert mit. Dann wenn ich jetzt noch Conjoint werde... Na, der Super Secret ist eh... Der ist eh nie wert. Der ist die Zeit, die das Suchen kostet, nicht wert. Na komm, wir wissen ja, was wir machen. Wir nehmen es direkt mit. Vielleicht kann ich ja mal meine Holy-Karte ein bisschen aufladen. Oh. Dann meine ich meine Blank-Card. Yeah, los Blank-Card! Lade dich auf! Und sie ist wieder einsatzbereit. Gerade pünktlich. Lost und Tainted Lost können immer ein Devil Deal Item gratis mitnehmen. Der Nachteil da ist, dass es halt nur eins geht. danach verschwinden die. Aber prinzipiell ist das genug, damit man sagt, ja, man will... Man will schon die Devil Deal mit dem Charakter. Was ist das? Soul of Question Mark? Ne, 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 ne. Ne, du, das machen wir nicht. Genau wie mit der Kiste. Wisst ihr, wie viele Tainted Lost Runs diese Mimik-Kiste schon gekillt hat? Zu viele. Es sind zu viele. Die Ebene ist gerade ziemlich gefährlich. Ich werde hier ganz schön oft fast getroffen. Ich bin übrigens sehr dankbar dafür, dass oben links man inzwischen dieses Kreuz-Symbol hat, wenn Holy Mantle aktiv ist. Dass man das nicht irgendwie selber erst erkennen muss. Das ist eine normale Kiste, normale Kiste. Pointy Rip Bursting Sack. Ah, ne, wir haben keinen Boss mit Spinnen vor uns. Pointy Rip ist halt auch scheiße. Naja. Ah, ne, ich hab BFR. Vielleicht ist ganz nett. Mal schauen. Black Candle brauchen wir nicht wirklich. Oh, wer nehmen wir das mit? Was war Devil? Question Mark. Ach, das ist einfach die Bibel? Ich habe aber leider keinen zweiten Kartenslot. Keine Candle? Ne, was war ich an dem Punkt des Runs noch mit der Candle? Ich hab hier eh keine HP. und wenn auf der nächsten Ebene die Items nicht sehen kann, kann ich die, die will ich eh auf dem Rückweg dann mitnehmen. Und dann ist ja sowieso wieder alles besser. Das Ziel des Runs ist, die Beast zu besiegen. Ich glaube, die Tatsache, dass ich keinen Speed abbekomme in diesem Run, das wird noch ein Problem für mich. Das ist die eine Sache, die aktuell so ein bisschen ungünstig ist. Soul of Cain. Klar, wenn wir auch einsetzen irgendwo. Frage ist nur, wo? Wo könnten wir am besten einen Red Secret Room haben? Ach, nee. Nee, die haben alle, die können meinen Speed verringern, die Pillen, das kann ich nicht riskieren. Full Karte nicht vergessen. Ah, fuck, ich muss meine Holy Card weglegen. Uh, das könnte noch schief gehen, ich muss die Holy Card weglegen. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wisst ihr das? Wo ist die Full Karte? Wo habe ich den Schädel übersehen? Ah, der Raum da ganz links ist ein guter Raum für unsere Soul of Cain. Puh. Ich hatte kurze Angst, dass ich das nicht mehr aufgeladen bekomme, bis ich beim Boss bin. Ich will nicht öfter durch diesen Raum durch. Oh. Ja, da hat keiner ein Kreuz. Links vom Battler war der Skull? Okay. Hier ist aber auch nur ein Red Room. Wo können wir am besten die Red Rooms aufmachen mit Soul of Cain? Ja, hier. Easy Entscheidung. Weil ich mich mutig fühle, gehe ich direkt ohne die Holy Cart hier überall rein. So, der war nichts. Der ist ebenfalls nichts. Keine böse Kiste, die ich umbringen will. Sehr schön. Und der da unten, er ist... Wir haben ihn! Wir haben den Red Secret Room. Seid ihr bereit für ein rotes Item? Seid ihr bereit für ein rotes Item? Yes! Es ist ein gutes rotes Item. Ocular Rift. Es gibt den Red Secret Room. Ja, es gibt auch den Red Devil Deal und sowas. Es gibt generell von diesen roten Räumen viele verschiedene. Warte, ich muss kurz weiter raus, damit ich Namen ganz lesen kann. Von Zocker Freak Fabian, 10 Euro. Super Chat. Vielen, lieben Dank. Wollte einfach mal Danke sagen für deinen ganzen Content, den du produzierst. Ob die aufwendigen Videos auf MOG oder die Spaßigen Gameplay-Sachen auf MOP. Natürlich der Content auf Dick Mirimel. Vielen, lieben Dank. Und von der Color Hunt TV, erfrischer Sub, dafür, viel, lieben Dank. Aber wir werden kein Red Key mitnehmen, wir brauchen keine Trinkets dafür. Die Sache ist nämlich, dass wir dann die Holy Card nicht mitnehmen könnten und wir wollen die Holy Card mitnehmen. Shop Card in Cursed Room. Ja, ja. Stimmt, sollten wir machen. Sprich hier nichts dagegen. Sprich hier nichts dagegen. Ocular Rift zu haben mit so viel Luck ist natürlich sehr mächtig. Können wir den Black Händler in dem Punkt mit? Och. Hab ich nicht doch irgendwo... Das sind Säckchen da links. Oh. Kommt schon 3 Cent. 3 Cent. 3 Cent. Hm. Oh, warte, ich kann den Bagger weg sprengen. Ich werde den Donatomaten nur als letzten Ausweg sprengen, okay? Der Automat ist tot. Der Automat wird sterben. Er ist der letzte Ausweg. Euer Secret Room kann ich noch mitnehmen. Warte, wir haben noch mehr Auswege. Na, da haben wir es doch schon. Gibt doch keinen Grund, den Automaten zu sprengen, Freunde. Gibt doch gar keinen Grund, das zu machen. da war Spider Mod. So, das heißt, wir können jetzt die Blankcard zweimal aufladen, was nett ist. Wir nehmen die Fullkarte mit. Und dann hoffen wir erstmal, dass ich im Kampf gegen Mom nicht zu sehr rein heißen werde. Ich hasse diesen Raum so sehr. Super Sigi können wir natürlich auch noch mitnehmen. Außer von Hades 4132 28 Monate Tier 3. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Nee, nee, gar keine Lust. Okay. Verzeihung. Äh, ja, okay. Wir nehmen Salfa mit, damit er für Leviathan Transformation Kein guter Tag für Gailo heute. Kein guter Tag für Gailo. Kann ich nicht machen. Ich kann schlicht und ergreifend nicht meine Blank Card Holy Card Kombination aufgeben für Gailo. Ja, und jetzt muss ich vorsichtig sein. Okay. Kann ich schlicht und ergreifend nicht machen. Bringt Leviathan was für Tainted Lost? Ich glaube, Leviathan bringt auch Damage ab, oder? Bringt auf jeden Fall mehr als Gailo, weil Gailo uns nichts gebracht hätte. Ich glaube, es sollte vielleicht ein bisschen Damage geben. Bringt Damage ab, okay. Ich würde gerne meine Perfection wieder. Also, ich will übrigens noch nicht übermütig werden, okay? Aber, wenn ich noch einen Weg finde, diesen Run zu verkacken, dann ist es eine Leistung. Ich habe eine Menge Shot Speed, ich brauche Magic 8 Ball nicht. Also, wirklich, kein Interesse. Und die Bosse, die hier kommen, sind auch ein bisschen, ne, sind ein bisschen unangenehm. Genau wie der Geist. Ich hasse es, dass ich diesen Geist freigeschaltet habe. der Geist ist so eine Scheiße. Lebertan bringt nur Fliegen und zwei Blackhearts. Okay, dann hat Lebertan nichts gebracht. Naja, wie gesagt, Geilu hätte uns ebenfalls nichts gebracht. 0,47 Tears ab. Ah ja, damit haben sie dann. Oh. Und das wäre auch lustig mit, aber ich kann doch meine Ocular Rift dich einfach aufgeben. Gehst du mal weg? Hattest du mal Era Walk bei Mother? Yeah. Ich glaube schon. Nehmen wir auf dem Rückweg mit, wenn wir alle sehen können. Soul of Maggie. Na, Soul of Maggie bringt mir nicht allzu viel. Uff. Naja. Hattest gerade kannst du empfehlen, die schafft man locker No Hit damit. Era Walk ist die stärkste Karte im Spiel. Wenn ihr mich fragt. Ich meine, okay, Chaos Card, okay, okay, okay. Aber Era Walk ist so gut. Ich denke, PhD wird Fake-PhD überschreiben, aber wofür? In welchem Fachgebiet hast du einen Doktor gemacht? Äh, Fetus. Kann man eine Beast Chaos carden? Ich denke, das funktioniert bei jedem Boss. Seht ihr das, was ich für ein Gamer, für die gute Natur, für die Donation Machine bin? Ihr wolltet direkt rausspringen. Ihr habt sie direkt aufgegeben. Ich nicht. Ich nicht. Ich wusste, dass ich meiner Donation Machine auch was Gutes tun kann heute. und ich bekam nichts als Gegenleistung dafür zurück. Aber das ist okay. Oh, ich hasse diese Gegner so sehr. So sehr. Das hasse ich auch sehr. das wäre nett, aber nicht so gut wie Holy Card. Also, ich sag's mal so, dieser Raum, ich hätte wahrscheinlich da oben, ich hätte mich da oben hinstellen müssen. Dieser Raum war jetzt für Tented Lost, nee, nee, war nicht mein Lieblingsraum. Cursed Island Lost ist okay, man kann eh nicht getroffen werden. Das sagen Leute immer. Aber ich hasse auch dann den Effekt von Cursed Eye. Auch dann finde ich es nicht gut. Auch wenn man nicht getroffen wird, finde ich es immer noch scheiße. Ist halt auch nur eine schlechtere Chocolate Milk. Und Chocolate Milk ist auch so ein Item, wo ich mir denke, muss ich jetzt nicht mitnehmen. Ich fände Cursed Eye also auch ohne den großen Nachteil ziemlich nervig. Curse of Soul of the Lost. Interessant. Wir haben einen Secret Room. Wir machen noch die Ebene fertig. Curse Ice mit 3 Slash Vierfach Schuss gut. Ja, das kann ich akzeptieren. Das kann ich akzeptieren. Mal ein paar Bomben. Dankeschön. Ich weiß was ich damit anfangen soll, aber danke. Nicht Curse Eye mitnehmen. Okay. Es ist an der Zeit für den Marsch zu The Beast. Weil kurz weg, der Run lebt noch. Der Run lebt mehr als jemals zuvor. Ich kann mein Space Bar Item jetzt zweimal aufladen. Mach nicht Black Cam den Cursed Eye Effekt weg. Ich habe keinen Cursed Eye Effekt, weil wenn ich getroffen werde, bin ich tot. Das heißt, der Effekt ist mit den Lost Charakter sowieso keine Sache. Ghost Baby. Roid Rage. Wir nehmen Roid Rage mit, weil ich ein Speed abbrauche. Falls ich noch daran erinnere, dass ich meinte, oh, wir haben gar keinen Speed, das könnte noch nervig werden. Aber jetzt ist das gar kein Problem mehr. Naja, ich meine, ich könnte immer noch schneller sein, aber naja, naja, nein. Sollte die Kisten aufmachen. Könnte irgendwas Nettes drin sein, eine Joker Karte oder sowas. Ja, ich hätte auch zwei Drittel Conjoint haben können. Außerdem von Exo Lime, frischer Sub, wie lieben Dank. Und weiter geht's. Ich werde die Steine nicht wegspringen, okay? Wir werden unsere Zeit jetzt nicht mit so Müll verschwenden. Gib mir Rotten Baby, Rotten Baby, Rotten Der zahlt nie aus. Fuck. Rotten Baby, Rotten Baby. Ich krieg noch Conjoint zusammen. Wir nehmen doch die Felsen mit, okay? Uh, geben ne Menge. Okay, wir nehmen den auch noch mit. Überredet. Überredet habt ihr mich da. Rotten Baby, Rotten Baby. Rotten Ich glaube, ich habe bei dem noch nie Rotten Baby wirklich unter 50 Münzen bekommen. Ich glaube, wir haben bei dem auch schon öfter 100 eingezahlt und trotzdem kein Rotten Baby bekommen. Der der Bagger ist ein bisschen schlecht. Wir nehmen noch die Bomben mit. Dass sie noch irgendwas weg sprengen können. Wo sind meine Sid Com Sound Effekte eigentlich hin? Die nehmen das Ganze ungemein aufgelockert. Ah, oh, okay, hallo. Sound of Question Mark will ich auch nicht aktivieren, denn da werfe ich wahrscheinlich Bomben und nee, oh, Counterfit Penny ist so gut. Aber an dem Punkt des Runs auch eher belanglos. Ja, das ist für die meisten Dinge sind an dem Punkt des Runs für uns belanglos. Das Einzige, was ich noch machen will, ist gewinnen. Hast du raus, wenn jemand Dads Ring freischaltet? Nee. Genau, was ist eigentlich mit Dads Ring? Hatte ich den schon mal? Warum hatte ich das Gefühl, dass ich den noch nie gesehen habe? Ist der einfach nur sehr selten? Der ist nur im Secret Room sehr selten. Das ist wirklich... Ich meine, vielleicht hatte ich ihn schon mal, aber... Was soll mir den bekommen hat? Ich hätte schwören können, dass ich den noch nie gesehen habe. Der Ring war meinig vergotten, Greedia. Red King Boss Room. Ja, ja, ich weiß, aber wir behalten unsere Holy Card. Denn die Holy Card ist ein bisschen sinnvoller. Der Dads Ring war super stark. relativ wild darüber nachzudenken, dass ich den noch nie gesehen habe. Glaube ich zumindest. Genauso selten wie Rock Bottom. Rock Bottom hatte ich aber des Öfteren. Rock Bottom hatte ich bestimmt fünfmal oder so. Aber Dads Ring konnte ich mich nicht erinnern, den jemals gesehen zu haben. Ach, Crack T, meinst du für den Red Room? Ja, da hätte ich ihn verwenden können. Naja, egal. Wahrscheinlich, dass wir den bekommen hätten, war eh super gering. Hagalas. Ja, es ist der Ring, der die Gegner einfriert. Also, wenn er ein Goldraum-Item ist, würde mich das doch sehr wundern. Denn ich, ich würde sagen, die Goldraum-Items, die ich freigeschaltet habe, die habe ich spätestens nach, ähm, spätestens nach meinem Versuch, die Ultra-Hard-Challenge zu schaffen, alle gesehen. Denn wir hatten eine Menge Restarts in der Ultra-Hard-Challenge. Eine Menge, Menge, Menge Restarts. Wir haben so, wir haben so gute Item-Kombinationen hier. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass der Damage gegen einzelne Gegner nicht so gut ist, aber mal schauen. Ich habe das Gefühl, Dogma könnte ein bisschen verzwickt werden in dem Run. weil ich glaube, da bringt auch Ocular Rift nicht allzu viel. Genau, ich habe, ich glaube, das haben wir in einem Feuergang gesprochen, als ich Zombie gefragt habe, wie bei ihm Ultra-Hard lief. Bei ihm war es irgendwie First-Try oder so, weil er Dr. Fetus bekam und Dr. Fetus damals einfach super stark war. Deswegen hat er nicht mal Erinnerungen an die Challenge gehabt. Das ist ein Schicksal, das nur den wenigsten Leuten vergönnt ist mit Ultra-Hard. Ich hatte aber lustigerweise bei meiner Ultra-Hard-Challenge, die ich geschafft habe, auch am Ende Dr. Fetus bekommen. Aber ich wollte ihn nicht. In den letzten zwei Goldräumen hat das Spiel mir dann Dr. Fetus und Libra reingedrückt. Was auch so eine Sache ist, wo man sich denkt, okay. Ups. Das Spiel wäre also an dem Punkt sehen, dass ich sterbe. Okay. Es wird schwer für mich zu sterben an dem Punkt, okay. Ich denke, an dem Punkt wird es schwer für mich zu sterben. Schlingst es bitte nicht, aber es ist so. Ich kann mich ja auch nicht anlügen. Oh, Tiny Planet. Oh, ich hätte Tiny Planet ja mitnehmen können. Ach stimmt, fuck. Tiny Planet wäre sogar hilfreich gewesen ein bisschen. Das ist eigentlich auch nicht so wild. Ich weiß nicht, warum ich mich so aufspiele, als ob es so viel geändert hätte. Kein Tiny Planet. Okay. Und jetzt Konzentration. los geht's. Ein wirklich furioser Blitzstart. Du sagst es. Wer brandheiße kam, greift die Zuschauer mit. Oh ja. Oh ja. Wie wird die Gegenseite reagieren? Fernseher kaputt. So. Und mich verarschen? Hier ist die Vergeltung. Ach, schwerer Treffer. Oh, der ist langsam. Okay. Kann man denn gar nichts dagegen machen? Nee. Oh, die Karte ist nicht ausgefüllt. Gott. Die Attacke wird fortgesetzt. Verzweifler. Nein. Die Luft brennt vor Spannung. Stirb doch. Oh mein Gott. Ohne Burfride. Oh mein Gott. Das lief so scheiße. Das lief so schlecht. Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, dass es mies laufen könnte. Ich dachte nicht, dass es so mies laufen wird. Und jetzt wäre ich direkt wieder getroffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann so nicht irgendwas... Oh nein. Oh, das läuft überhaupt nicht so gut, wie ich dachte. Fuck. Ah, die Holy Card carriert immer noch. Ich weiß nicht, was die Projektile machen. Er ist random langsamer und random ist... Oh Gott. Was ist... Was für Hackerlars? Sie sind random langsamer. Random werden sie weggesaugt. Das ist... Das ist ein Desaster. Das ist ein Desaster. Ich weiß nicht, was die Gegner hier machen. Was hat der vor? Okay. 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 Ja, Blank hat jetzt doppelt aufgeladen. Mächtig. Mächtig. Ja, Ocular Rift bringt hier gerade viel durcheinander. Und dann noch, dass ich Gegner langsamer mache. Das ist in Kombination... Oh Gott. Was ist denn? Was ist... Ach. Das ist alles so verwirrend. Okay. Jetzt macht er den Umarmungsmove. Da wäre es natürlich gut zu wissen, wann Ocular Rift gerade aktiv ist und wann nicht. Jetzt nicht. Okay. Oh mein Gott. Direkt beide Aufladungen wieder aufgebraucht. Nein, 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 nein. Oh mein fucking Gott. Ich hasse das. Ich brauche so viele Holy Card Aufladungen. Ich verstehe nicht, wie ich hier gerade am besten ausweichen soll. Oh, und jetzt sind wir bei der Phase. Was passiert hier? Oh mein fucking Gott. Zum Glück haben wir ihn vergotten hier. Okay. War ein bisschen ablenken, muss ich zugeben. Ich denke, jetzt kann ich mir viel schief gehen. Wir laden jetzt so schnell die Blank Card auf. Oh Gott, die Reiter liefen so schlecht. Die liefen so unfassbar schlecht. Und jetzt wird das Feuer random langsamer und von Ocular Rift angezogen. Okay. Brimstone. Wir weichen aus. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Das kann doch nicht sein. Nein. 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 Lass es jetzt nicht so enden. Lass es jetzt nicht so enden. Lass es jetzt nicht so... Oh mein Gott. Oh Gott. L2 hätte noch nichts gebracht. Wenn man keine Karte hat, bringt die Blank Card auch nichts. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das war so ein schlechter Biestkampf. Mein Gott. Ich habe es noch fast verkackt. So, wir haben... Was war das? Lost Orb? Irgendein Orb haben wir bekommen. Sacred Orb. Starkes Item. Das wäre fast schief gegangen. Oh mein Gott. Aber wir haben es geschafft. Und damit haben wir... Tainted Lost abgeschlossen. Ich habe nicht über 1000 Stunden Isaac. Ich habe 920. Okay. Dementsprechend würde ich sagen... War eine angemessene Leistung für die Spielzeit. Sacred Orb lässt nur noch Quality 2 Items und besser droppen. Oh was? Oh, das ist super gut. Das ist super gut. Und... Puh. Okay. Das war stark. Das war stark. Es war eine lange Geburt mit Tainted Lost, wenn wir es zu schaffen. Mein Gott. Ja, ich habe wirklich was freigeschaltet. Was fehlt hier noch für Dead God auf File 1? Ich spiele auf File 2. File 1 ist irgend so eine... 100%-File, die ich mir damals für Updorwerf Plus geholt habe. Also, bei der ist gar nichts mit Repentance-Zeug gemacht. Außerdem, wenn wir dabei sind, von Aldi Force, 17 Monate Resub und von Lauchmann, 5 Gift-Subs. Viel, viel lieben Dank. Für Luke Kadachi, Chris Meets Wesker, Aufersteher, Captain Fluffy und der Mirculus. Viel, viel lieben Dank. Viel, viel lieben Dank. Äh, Sponge Master für 4 Bits, habe ich angemerkt. Und von Akis, frischer Sub, Real Jakob, 7 Monate Resub. Viel, viel lieben Dank. Okay. Was machen wir jetzt? Mir fehlt an sich noch einiges mit Tente-Charakteren, bis ich hier... Ich hasse es, dass hier noch so viel fehlt. Oh, mir fehlt noch Greedia? Üh... Üh... Warum fehlt mir noch mit 3 Charakteren Greedia-Mode? Mit 4? Ach, so eine Scheiße. Oh, gar keine Lust. Außer von Zockerfreak Fabian, 5 Euro. Äh, viel, viel lieben Dank. Viel, viel lieben Dank. Du hast etwas geschafft, was ich niemals im Leben schaffen werde. Denn ich kann Tente-Lost einfach nicht spielen. Na, ich meine, an dem Punkt konnte ich auch nicht mehr... ... ihn falsch machen. Ach komm, wir machen Tente-Judas. Wir machen Tente-Judas. Der, der, der ist doch stark. Der ist doch ein starker, oder? Der kann doch was. Mit dem kriegen wir doch was hin. So, wir wollen Hush machen. Ich meine, wenn man mit Tente-Judas erstmal zu Hush kommt, hat man ja schon quasi gewonnen, oder nicht? Sharp Straw? Zombie, wusstest du, dass es inzwischen super leicht ist, den Lost freizuschalten? Und wenn du Lost freigeschaltet hast, kannst du auch ganz leicht Tente-Lost frei... Ich meine es nicht so leicht, aber... ... kannst du direkt danach freischalten. Außer von, äh, 3-Step 1, äh, 4 Monate, 3-Sub, wie viel lieben Dank. Äh, ich hab für... Um mit Tente-Judas zu schaffen, hab ich einige Versuche gebraucht. Einige, einige, einige Versuche. Das war eine sehr lange Geburt. Uh. Oh, was? Spezial-Devil-Deals? Die hab ich noch nie gesehen, glaube ich. Hab ich die schon mal gesehen? Ich hab keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich meine, ich kann es mir nicht wirklich leisten, Devil-Deals mitzunehmen, aber, hey. Wenn sie schon besser... Uh. Nee, nee, kann ich auch nicht. Wenn sie schon besser sind, dann kann ich auch nicht Nein sagen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Mir fehlen die Zeiten, als der Liddlehorn sich einfach direkt sein ganzes Leben weggesprengt hat. Wenn er sich, äh, wenn er Bombe erwischt hat. Das waren Zeiten. Jetzt ist der Kampf einfach nur immer ein bisschen langwierig. Nicht sehr langwierig, aber schon so ein bisschen. Okay. Trostpreis. Range? Range ist okay. Äh, ehrlich gesagt, auf der Ebene gibt's nichts mehr für mich zu holen. Weiter geht's. Wir wollen natürlich eventuell... War noch ein Tinted Rock? Shit. Äh, wir wollen trotzdem eventuell unter Umständen... Oh, Bibels. Wir nehmen die Bibel mit. Äh, wir wollen harsch bekämpfen. Dann wiederum... Ach, warte, 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 warte. Ähm... Bibel oder Book of Shadows? Strohhalm gegen Harsch ist ja nicht super OP. Ne, warum sollte er gegen Harsch super OP sein? Er macht so viel Schaden wie eine Träne oder so. Bibel für zwei schnelle Momkills? Ich denke halt auch, dass gegen die normale Bibel gut wäre. Zehn Prozent Max Health Damage? Warte, wie ist der Strohhalm gegen Harsch? Warte, er hat recht. Was ist das der Effekt? Ah, er hat bloß zehn Prozent der maximalen... Was? Wir müssen das ausprobieren. Wir müssen das ausprobieren. Wir müssen... Wir müssen das versuchen. Ich dachte, das wäre irgendwie zehn Prozent der eigenen... Äh, des eigenen Damages als Bonus oder sowas. Au. Aber wenn das klappt... Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui, sag ich da nur. Ich bin bereit herauszufinden, ob es klappt. Shop kann ich mir eh nicht leisten. Direkt weitergehen. Reise ich wirklich so viel Content, spielst du es nur selten? Ich würde sagen, es hat viel Content. Ich habe 120 Stunden Spielzeit oder so. Aber ich muss fairerweise sagen, die meisten Leute brauchen nicht so lange wie ich, um Dead God zu bekommen, also alle Achievements. Das heißt, das kann man jetzt, das liegt nicht zu 100% nur am Spiel. Habe ich ihn erwischt? Warte, womit habe ich ihn erwischt? All Familias, orbit around Isaac. Ist auch interessant, aber nein. Der Herzog der Fliegen? Oh ja, jetzt gibt es gewaltigen Damage, mein Freund. Jetzt wird der Damage gedrückt. Pentagramm. Mächtig. Shit. Ich habe den einen... Oh nein, sie sind beide losgelöst. Warum? Sie sind beide völlig losgelöst. Komm, Mark, nehmen wir auf... Wir haben ja noch der Pille liegen. Damage. Nehme ich trotzdem mit. Ich denke, das ist es wert. Shit. Wir nehmen noch einen Secret Room mit. Man hat nämlich relativ viele Pillen, mit denen man schwarze Herzen bekommt und die sind für mich natürlich... Ach, ich hatte den Goldraum noch gar nicht auf der Ebene. Und die sind für mich natürlich besonders wichtig. Oh mein Gott. Goldraum oder goldene Kiste? Goldraum. Wir wollen Goldraum. Wir wollen Goldraum. Warte, hatte ich nicht einen Schlüssel? Ne, habe ich nicht. Ich habe auch keine Bombe mehr. Ja, shit. Shit! Ja, war nur ein Goldtraum. Vielleicht kriegen wir... Vielleicht kriegen wir dafür endlich ein Planetarium. Das wäre doch auch ein netter Trostpreis. Der Raum hier ist gerade gar kein netter Trostpreis. Ja, ha, 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 ha. Ich habe keine Bombe und keinen Schlüssel. Ich weiß. Oh, das ist ja schon das Planetarium. Hab schon gedacht, es wird nie auftauchen. Wurde auch wirklich höchste Zeit. Sag ich schon, für fast zwei Räume drauf gewartet. Ich brauche aber einen Schlüssel. Aha, warum kriege ich keine Schlüssel? Liebt ihr es nicht auch, wenn man Run hat, indem man keine Schlüssel bekommt? Oh mein Gott, ich liebe es. Bitte mehr davon. Oh mein Gott, bitte, bitte. Bitte gib mir keinen Schlüssel. Ich habe das ja gar nicht verdient. Ich will ja gar keinen haben. Ist ja schon mal die nächste Sache. Danke schön, ich will doch einen haben. Ich habe gelogen. Außer von Mr. Wesel. Drei Monate. Free Sub. Wie, wie, lieben Dank. Hoffentlich Freeze Tears oder Terra. Ich weiß nicht, ob Freeze Tears gut für Hush wären. Pluto. Oh, pass auf. Äh, ich weiß nicht, ob du noch zuschaufst, Zombie. Aber, irgendjemand hat Zombie erzählt, dass man, ich weiß nicht, woher das aufgeschnappt hat, dass wenn man super winzig ist, dass man dann durch den Boden fallen kann. Und ich meinte, dass ich schon sehr klein in Runs war und ich deswegen sicher bin, dass es nicht passieren kann. Denn, äh, man wird mit Pluto sehr klein. Und wenn man dann noch zusätzlich ein, zwei Tiers, äh, zwei Stounds hat, dann ist man schon quasi nichts. Man kann in Crawl Spaces fallen. Ich hab das noch nie gesehen. Ist das wirklich ne Sache? Ist das wirklich ne Sache, dass wenn man winzig ist, dass man dann irgendwie in Crawl Spaces fallen kann? Und landet dann im Errorraum? Was? Das ist ne Sache? Was? Ja? Ich hab davon noch nie gehört und ich hab das noch nie gesehen. Was? Vor allem, wir hatten auch schon einige Runs, in denen ich super winzig war. Und ich mein, sehr viel kleiner ist hier jetzt gerade. Jetzt sind wir noch verhältnismäßig groß. Ich hatte ja das auch schon und dann, na dann, wollte ich grad sagen, Inner Childer. Das wurde dann ja erst später aktiviert. Hm. So, kein Schlüssel mehr für mich. Ist okay, ich hab ihn nicht verdient. War das ein guter Boss? Für mich. Und weg mit dir. Stapler! Ah, wie viel Zeit habe ich? Acht, bin bei acht Minuten. Ich will halt echt gerne in den Shop reinschauen. Vielleicht können wir noch ein Secret Room mitnehmen. Wir haben noch ein bisschen was vor auf der Ebene. Bomb mich nicht mit Dr. Fetus weg beim nächsten Mal. Ah shit, da kann er gar nicht sein. Oh, da ist die Steinkiste. Ich muss die Steinkiste mitnehmen. Ne Windel? Ne Windel? Nein! Unerwartet starke. Achso, weil mein Damage höher war. Ey, ja, mein Damage steigt ja an, wenn ich die Projektile abwehre. Das ist auch mit dem Strohhalm gut. Ja, dann werde ich jetzt mal in den Secret Room reinschauen. Ne, warte. Ich weiß nicht, wo der Secret Room ist. Das ist der komische... Ah ne, unter dem Shop. Unter dem Shop wird er sein. Ja, hätte ich mal die Bombe nicht verschwendet. Black Lotus. Okay, danke. Wir haben noch kurz Zeit. Ich kann noch kurz in den Sacrifice Room reinschauen. In Scheißhaufen können keine Bomben sein, richtig? Oder? Ne, können in Scheißhaufen Bomben drin sein? Schon, oder? In Feuer können keine sein. Wo habt ihr eigentlich die Keys für die Open Alpha her? Das muss einfach nur so ein Codewort eingeben. Sicher steht im Wiki. Aber aktuell ist sowieso die Online Alpha wieder geschlossen. Die ist immer nur für zwei Wochen da und dann für zwei Wochen wieder nicht mehr. Das ist die Quantum Alpha Version. Mal sieht man sie und mal wieder nicht. Ach, keine Ressourcen für mich. Weiter geht's. Keine Ressourcen für mich. Gibt's Release Datum zum Online-Modus? Er ist halt alle zwei Wochen wieder verfügbar. Release Datum ist, äh... Yes! Release Datum kann man nicht wirklich dazu sagen. Ich denke, es wird noch ein bisschen dauern, bis der mal tatsächlich fertig sein wird. Ja, es ist ein komisches Konzept. Vor allem, weil die Speicherstände nur so halbwegs dann kompatibel sind. Man soll ein Backup machen, bevor man dann irgendwie die Alpha spielt. Und das finde ich auch komisch für ein Spiel, in dem es darum geht, dass man Sachen freischaltet. Was zum Fick war das gerade? Wann bin ich hier rein? Er hätte ein Kranautomat drin sein können. Ich weiß, welchen Charly ich spielen soll. Andy Suggest... Sech... 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 Ich kann das Wort nicht aussprechen. Äh, ich würde sagen, du, ähm... Es gab so eine Website. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich bin bei den Videos in der Beschreibung verlinkt, mit denen man so einen, äh... Run generieren lassen kann. Also mit Charakter und dem Ziel. Und das finde ich immer ist ein guter Weg, um herauszufinden, was man machen will. Der gute Run Generator. Yeah. So, mächtig. Ich hätte den Strohhalm öfter einsetzen müssen. Mega Bean. So nennen sich auch die MrBean-Fans tatsächlich. Die Hardcore-Fans. Das sind die Mega-Beans. Es reicht doch für einen Shop. Es reicht doch für einen Shop. Green! Nein. Der Shop ist einfach generell einfach scheiße. Was soll das denn? Ach. Müll. Wir nehmen mal noch einen Schlüssel mit. Wünschen, es wäre einfach Greed drin gewesen. Letztes Mal ist es einfach nur scheiße. Der nimmt eine Menge Schaden durch den Strohhalm. Ich muss inzwischen sagen, jetzt wo ich weiß, dass man mit dem Strohhalm dem Gegner wirklich 10% seiner Erleben abzieht. Vielleicht habe ich den Strohhalm auch immer zu sehr underrated. Unter Umständen war das wirklich eine Sache, die mir nicht bewusst war. Aber er ist halt echt gut. Er ist wirklich gut. Caves 2. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Sharpplug, um Strohhalm schneller aufzuladen. Nee, muss nicht. UXL-Ebene. Das heißt, wir können Bossrush mitnehmen mit der Foolkarte. Das finde ich doch ganz nett. Stream geplant ist so bis 22 Uhr in der Richtung. Das finde ich doch ganz nett. Vor allem sollte ich jetzt sehr wahrscheinlich auch schnell genug für Hush sein. Was willst du mit dir denn jetzt? Geht doch alle mal weg. So, Strohhalm. Weg mit dir. Klicker. Ich hasse den Klicker. Ich will den Klicker nie einsetzen. Ich wünsche übrigens, ich würde mehr Pillen finden in diesem Run. Aber ich gehe auch in keine Secret Rooms, also sollte ich mich nicht zu sehr wundern. Mächtig. Gehen wir mit. Ach, komm. Ah, Schluss ist gut. Nee, Schluss ist okay. Und da haben wir unsere Fullkarte. Gegen Hush bin ich so gespannt. Du musst theoretisch nur 10 Ladungen lang genug leben. Ich meine, Hush kann ich sowieso mit Dark Arts auch ziemlich gut abwehren. Floatstone. Floatstone ist okay. Nicht gut, aber okay. Klicker ist so lame. Vor allem, wenn man damit rein in der Theorie jeden Run mit Tainted Cain cheaten könnte. Ja, aber man kann die Charaktere ja nicht gezielt auswählen, welche man kriegt. Und deswegen ist mir das nie wert. Keine Ahnung. Wer bin ich so der Klicker-Fan? Ich glaube, in den Shop würde ich doch gerne reinschauen, ehrlich gesagt. Floatstone ist mehr als okay. Ja, vor allem gegen Hush. Range down. Aber Damage up. Können wir uns leisten. Können wir uns leisten. Komm, der Siege ist da unten. Das fühle ich. Das fühle ich doch. Au, nein. Ja, der Siege ist da drüben. Ich bin mir so sicher. Sehr. Oh, mit dem Schlüssel. Oh Gott, warum? Können wir mal über diese zwei grauen Schalter hier reden? Die grauen Schalter sind halt auch immer immer ein Fehler. Oh, ich habe echt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen langsam den Boss aufsuchen. Oh ja, der Klicker würde auch mal ein Space-Byte-Item wegnehmen. Stimmt, das wäre auch nicht gut. Ah, Radiergummi wäre interessant. Nehmen wir mal das mit. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ist der letzte Shot. Das heißt, ich hätte eigentlich das Geld rein donaten können, aber was auch immer. Wir gehen einfach weiter. Wir gehen einfach weiter. Oh Gott. Ich habe schon Strohhalm. Ich mag es, dass der Strohhalm manchmal halbe Herzen gibt, aber die bringen mir nichts. Das mache ich daran weniger. Von der Tatsache, dass ich wirklich keine Pillen hier irgendwo finde, bin ich auch gar nicht begeistert. Oh Gott. Oh Gott, ich habe so wenig Herzen. Das wird alles doch schrecklich schief gehen. Lucky Penny. Vielleicht wird doch alles gut. Vielleicht ist doch die, vielleicht ist die Welt doch nicht so übel, wie ich dachte. Manchmal braucht man einfach einen Lucky Penny. Habt ihr so einen, habt ihr einen Lucky Penny in Wirklichkeit? So ein Geldstück, dass ihr mit dem noch nicht sagt, ja, das ist mein Glücksbringer. Ich wünsche dir, ich hätte einen Glücksbringer oder so. Ich habe das Gefühl, dass das eine Sache, aus der man ein bisschen Kraft schöpfen kann. Na, ich will aber noch die beste Devil Deals. Fuck. Also. Sporhalm in diesem Raum hier gerade natürlich auch höchst effizient. Was zum Fick ist da drüben los? Oh Gott. Okay. Ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Und jetzt keine Zeit zu verlieren? Ich muss ja zwei Bosse machen. Wir haben wirklich keine Zeit zu verlieren. Ich wünsche, die halben roten Herzen würden mir was bringen. Aber ja, der Strohhalm, der Strohhalm carried aktuell den Run. Fucking Ball of, nee, Ball of Banachers ist okay, wenn ich durch die Gegner durchrushe. Ist ganz okay dafür. Lass sie bitte auf. Ich darf halt echt nicht so viel Schaden nehmen. Sonst kriegen wir hier ein kleines Problemchen. Nur einen erwischt, ist okay. Ein Gegner reicht hier vollkommen aus. Müssen hier gar nicht zwei erwischen. Strohhalm. Strohhalm, 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 Strohhalm. Ach, du Scheiße. Polaroid. Devil Deal. Warum? schon, komm, schon, komm, schon, komm, schon. Yes. Äh. Ich denke, ich nehme den Conehead mit. Conjoint werden wir eh nicht, wir nehmen Conehead. Nein. 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 Ja, ich hab... Du Scheiße. Wie soll ich das denn hinkriegen? Der Run ist echt nicht so gut. Das Einzige, was was mich hier durchbringt, ist der Strohhalm. Ich hab den Boss Rush schon mit ihm geschafft. Aber, oder? Ja, ja, klar. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja nicht jetzt einfach den Run beenden. Oh, fantastisch. Mein Lieblingsgegner ist auch da. War ich die Projektile erwischt gerade? Okay. Oh mein Gott, einfach weg. Ihr wisst ja was? Es läuft nicht so übel. Es läuft nicht so übel, wie man meinen würde. Es läuft überhaupt nicht so übel, wie man meinen würde. Ich mag's, dass... Oh mein Gott. Soulheart. Ich mag's, dass die Anzeige oben links von irgendwas verdeckt wird. Das ist besonders cool. Au. Wo ist mein Soul... Da ist mein Soulheart. Kann ich das wiederhaben, bitte? Ich sag's euch, wie es ist. Wir gehen hier mit mehr Leben raus, als ich reingegangen bin. Ihr werdet schon sehen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich danach Hasch erwischen soll, aber... Das finden wir schon noch raus. Das finden wir schon noch raus. Ach, komm schon. Gisch ist gerade unerwartet problematisch. Jetzt bitte mal für zwei Sekunden hierbleiben. Dankeschön. Wie mache ich der Maske eigentlich schaden? Wo muss ich hinschießen, damit du Schaden nimmst? Das spielt keine Rolle. Du bist eh tot. Ich habe Schaden genommen, ich habe Schaden genommen, wir haben ein Problem, wir haben ein Problem. Oh oh. Ist das eigentlich ein Champion Boss Rush? Sehe ich das eigentlich gerade richtig? Davor bin ich nämlich gar kein Fan, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hätte ich noch ein paar Soul Hearts gedroppt. Das wäre ganz cool. Oh fuck, der Engel. Wurde ich gar davon nicht getroffen irgendwie? Wenn ja, wie? Okay. Oh fuck. Ha. Also ich sage es mal, wie es ist. Die beiden Bossen in Kombination hätte ich jetzt auch erst mal darauf verzichten können. Ah, das ist okay. Das ist okay, das ist okay. Komm, eine Bombe, keine, eine Bombe ist keine Bombe, eine Bombe ist keine Bombe. Ich kann auch nicht mit dem Board of Bandages ein bisschen arbeiten. Ach shit. Das ist mal ein bisschen verkackt. Nein, geh doch. Geh doch mal weg, alle. Alle. Geh, geh, geh in den roten Haufen rein. Komm schon. Ich freue mich, es ist voll. Es werden mehr rote Haufen gelegt. Das ist es doch, wonach wir uns sehnen. Ne, doch nicht. Der legt Herzen. Hab ich getäuscht, hab ich getäuscht. Keine weiteren roten Haufen für uns. Der hält sehr viel aus, als ich mir wünschen würde. Schauen. Wie viele Wellen sind hier eigentlich noch? Ich wünsche wirklich, ich könnte es da oben rechts erkennen, aber das XL-Logo ist drüber. Ach, wir sind immer noch nicht am... Oh mein Gott, wir sind... Wir sind definitiv noch nicht am... Oh, ich bin gegen Stein gelaufen. Ach, die sind hintereinander? Ich war so verwirrt, was das für eine Girlie hier gerade ist. Jetzt bin ich nur noch verwirrt, was das für eine bizarre Welle hier gerade ist. Denn ich denke, sie ist sehr bizarr. Ich kann mich nicht erinnern, das schon mal gesehen zu haben. Das war es immer noch nicht. Wie kann es das immer noch nicht gewesen sein? Was? Immer noch nicht. Okay. Okay. Ich sehe schon. Fuck! Ach. Das mit Haschmidt nie was... Ah, 27 Minuten. Aber wenn der Devil die noch offen ist, kann ich vielleicht noch äh, The Beast versuchen. Komm schon! Jetzt ist doch langsam wirklich genug. Oder nicht? Au! Ach, komm. Was? Das ist ja mit Abstand längste Boss Rush meines Lebens. Und jetzt haben wir Monstro 2 hier. Oh nein, und ein Horn da oben. Das ist eventuell ein bisschen problematisch. Monstro 2 tot. nur noch der Kollege hier oben. Und all das für Lil Gerdie. Natürlich ist der Deal geschlossen. Ach, komm. Komm schon! Das war so gut! Das war so gut gespielt! Jetzt habe ich mir auch noch eine Belohnung dafür verdient. Ich weiß noch nicht welche. Ich habe leider absolut keine Ahnung, was ich noch machen könnte, was diesem Run weiterhilft. wir sind halt definitiv zu langsam für harsch. Nee, wir bleiben bei den besseren Devil Deals. Mama Mega kann nicht im Devil Deal drin sein, richtig? richtig, richtig, richtig. Ja, vielleicht kriegen wir den Arky noch raus. Die machen überall Blutspuren. Ach, was ist das schon wieder für eine Scheiße hier? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich war so stolz drauf, wie ich das noch geschafft habe. Und jetzt? Jetzt haben wir trotzdem nichts. Es war trotzdem alles umsonst. Zweifelsfall Blue Baby killt eine gute Zeit haben? Ach. So viel Spaß habe ich damit nicht. Naja, vielleicht kriegen wir irgendwo noch einen Arky her oder so. Vielleicht. Unwahrscheinlich, extrem unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen. Außer von Erkan Klein. Äh, ich kann nicht wissen, ob ich es komisch ausgesprochen habe. 5 Euro. Super Chat. Viel, vielen lieben Dank. Viel, vielen lieben Dank. Ich versuche trotzdem noch schnell unterwegs zu sein. Außer von Kazima, 11 Monate Reset, Kijotomo, 24 Monate, zwei Jahre, J. Bunny, zwei Monate. Viel, vielen lieben Dank. Ah ja, der Timer wird nicht zurückgesetzt mit Arky. Damit können wir dann, ähm, ah, können wir The Beast machen. Der fehlt mir nämlich immer noch. Das wäre natürlich die andere Option. Deswegen wäre auch die Full-Karte so gut gewesen. Aus mehreren Gründen. Mit der Full-Karte hätte ich sowohl The Beast als auch Boss Rush machen können. Ach, so eine Scheiße, jetzt... Oh, okay, ich bin gerade über die Steine gelaufen. Das kommt wohl von der geringen Größe, habe ich gehört. Und jetzt, wegen dem dummen, weil ich die Full-Karte weggelegt habe, kann ich einfach keins von beiden machen. Ich kann nicht mal einen Mega-Satan oder so machen. Ich habe auch so gut wie keine Bomben. Ach. Hast du Delirium? Ja, mir fehlt halt nur Hush und The Beast. Genau die beiden, die ich jetzt nicht mehr machen kann. Was ein bisschen... Ach, ich wäre halt wirklich gespannt gewesen, wie der Delirium-Kampf läuft, aber... Das hat sich halt wirklich erledigt an dem Punkt. Äh, mit Delirium meine ich Hush. Ich wäre wirklich gespannt, wie der Hush-Kampf gelaufen wäre. Warum ist der Run noch nicht so schwach, wie ich dachte? Zumindest dachte ich, er ist extrem schwach, als ich den Boss Rush zum ersten Mal betreten habe, aber... War er doch nicht. Er ist gerade auch nicht schnell. Ach. Mir fehlt Hush und The Beast. Ja, ich könnte The Beast machen, wenn ich den Arki finde. Also, der Arki wäre schon ziemlich cool. Der hätte nichts gegen einzuwenden. Das Problem ist nur, dass ich echt nicht viele Bomben habe, um überhaupt nach dem Secret Room zu suchen. Aber das Arki-Wunder ist nicht ausgeschlossen. Ich habe zweimal Schaden genommen. So, kann es sein, dass mein Polaroid nicht aktiviert wird, weil ich ein Boneheart habe? Ist das eine Sache? Ich denke leider ja. Stark. Aber wir machen den Boss. Ich wüsste nicht, wo ich an dem Punkt manchmal mega herbekommen sollte. befürchte ich. Den passiert man auch nicht so oft. Ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, dass man den nicht so oft zieht. Komm schon. Okay. Devil Deal, half up. Ich meine, ja. Gapi werden wir an dem Punkt auch nicht mehr. Brauchen wir gar nicht erst versuchen. Oh ja, das Blue Key Trinket, das würde mir auch helfen zu, ähm, harsch zu kommen. Außer von Kartoffellappen HD, äh, Giftsab für Bubble Buy. Äh, wie viel lieben Dank, wie viel lieben Dank. Hat den Boss in 300 Stunden noch nie? Er ist nicht zu selten, aber er kam halt erst mit Repentance dazu. Ach shit, die habe ich schon geschaut. Ich denke, an dem Punkt ist halt wirklich wichtig, dass ich den Secret Room mitnehme. Habe ich hier oben schon versucht? Binden wir jetzt raus. Shit. Haa. Das ist wieder so eine Ebene, wo ich nicht wirklich wissen kann, wo der Secret Room ist. versuchen wir es hier oben. Wenn er da nicht ist, gehe ich weiter. Ach, komm. Er wird mir auch nichts gegönnt aktuell. Einfach nichts. Nichts. Außer einfach Kartoffellappen, äh, 25 Bits. Wie viel lieben Dank. Wie viel lieben Dank. Ja, wenn ich den zieht nochmal mache, kann ich natürlich nichts mehr freischauen. Wartier in der Box ist gut. Arms Bottle of Pills wäre auch gut. Was macht Bad Trip? Spawnt ein schwarzes Herz. Wenn er Spawn hat losgeworden, gute Neuigkeiten. Wir schauen nach dem Secret Room. Wenn im Secret Room nichts ist, mache ich den Deep 100. Denn ich habe das Gefühl, in diesem Run spielt es sowieso keine Rolle mehr. Dann bin ich einfach hier unten stehen, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und meinen Strohhalm mache. Nein, bleiben sie nicht. Er hat sich einfach losgelöst. Schwarzes Herz. Ich finde auf jeden Fall eine Menge schwarze Herzen aktuell. Was ganz nett ist. Das Problem ist, es bringt mich nur alles unbedingt weiter. Und Lil Gurney leistet so viel bessere Arbeit, als man meinen würde. Pille. Tears down. Was ist die da oben? Ich glaube, das war Bad Trip, oder? Die ist auch Tears down. Was ist denn die Gelbe? Sind die beide Tears down? Beide Tears down, wirklich? Oh Gott. Ich befürchte, Isaac der Isaac versus Robin Tolly ich glaube, der wird nie eine Auflösung bekommen, befürchte ich. Oh. Interessant. Wir müssen die 100 gar nicht einsetzen. Können alle Pedestal Items hier rerollen. Das heißt, wenn wir jetzt sogar ein Secret Room Item hätten und es nicht der 100 sondern der R-Key ist, dann können wir es sogar rerollen. Interessant. Äußerst interessant finde ich das alles. kann nicht sein. Da links könnte er sein. Ja, ja. Stark. Vielleicht kriege ich ein Item raus. Vielleicht auch nicht. nicht. Wir machen es. Ja. Mal schauen, was rauskam. Ziemlich gute Items. Das ist das Traurige daran. Das sind ziemlich gute Items. Das bringt mir ja alles nichts. Ach Gott. Ich kann mein Ziel nicht erreichen. warum hat das die nicht gekillt gerade. Es ist ein bisschen frustrierend. Warte. 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 Fuck. Wenn ich nicht direkt die gererollt hätte, hätten wir jetzt ziemlich sicher den Arki holen können. Nee, die Full Questmark bringt uns nichts. Wir müssen irgendwas Wir müssen eine Möglichkeit zum rerollen haben. Und wir hatten eine, aber ich habe sie dumm eingesetzt, wie sich herausstellt. Ach, komm schon. Also, ob ich jetzt wirklich noch das Teil bekommen habe. Vielleicht kriegen wir noch ein Secret Room mit dem Automaten zum rerollen. Nö, vielleicht. Au. Wir nehmen mal noch ein bisschen Geld mit für den Fall der Fälle, dass es passiert. Der Arki ist noch nicht ausgeschlossen, okay? Er kann immer noch auftauchen. Ich wünschte nur wirklich, ich hätte meinen, ich hätte den Würfelraum nicht verkackt. Ich habe ihn leider, ich meine, ich denke, es war nicht die Verkehrsentscheidung für die zwei Items einsetzen, aber, ach, komm schon. Vor allem, wenn ich den D100 in dem Raum eingesetzt, hätte es auch funktioniert. Ich habe einfach alles daran verkackt, irgendwie. Einfach, einfach alles. Jetzt habe ich nicht mal die Karte. Haben wir den Boss nicht schon gesehen irgendwo? Wir sind übrigens gerade der dritten der 5 Stages of Grief. Da werden also noch zwei weitere folgen. Naja. Wo war ich noch nicht? Den Automat, wo man ein Herzenopfern muss, eventuell bekommst du Bloodpack, das du rerollen kannst. Ich meine, hier ist kein Automat dafür, aber wie würde ich das Bloodpack dann rerollen? Ist ja kein Item zum rerollen. Was würde es bringen, so lange an dem zu spielen, bis er dieses Poop Item droppt? Die Items, die werden nicht alle mal ein Einzel auf den Boden gelegt oder so? Es wird doch Warte. Äh, ich wünsche, ich könnte es nochmal komp... Warte, ich lege sie mal weg, kann ich sie nochmal richtig nachlesen. Also, droppt ihr alle von Isaacs Herzen bis auf eins und alle seine Pickups. Münzen und Bomben werden zu äh, Quartern und Boom. Okay, ich dachte, ich würde damit alle meine Items weglegen, aber ist ja gar nicht der Fall, ich lege damit nur meine Münzen und Bomben weg. Äh, ja, trotzdem, wenn wir jetzt zum rerollen haben, könnte es noch was werden. Wir würden auf jeden Fall zwei Quarter rausbekommen, die ich dann rerollen könnte. Sind trotzdem zwei Items? Ja. Super Secret Room? Nein? Okay. Und jetzt Items. Ist das nicht schön? Ist tatsächlich ganz schön gerade. Ja, irgendwie unerwartet stark dieser Run. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Ah ja, da wäre noch ein Stein gewesen zum Weckspringen für Geld. Egal. Zu spät. Zu spät. Ich meine, im schlimmsten Fall werden wir noch Blue Baby killen. Vielleicht können wir wenigstens zu Delirium da noch gehen. Jetzt kann ich den mitnehmen. Vielleicht können wir noch wenigstens irgendeine coole Kombos im Run sehen. Wir haben ja auch gerade ein paar wilde Item Kombinationen so langsam aber sicher. Tinted Rock. Hallöchen. Den Archi kann man auch aus Goldkisten kriegen, oder? Ist das eine Sache? also nicht hier Goldkiste sondern Goldräume. In der Chest aus einer Goldkiste. Ist das möglich? In der Chest ja. Das ist sogar möglich. Wir haben durchaus noch wir brauchen den Flatpenny. Wir brauchen Schlüsse. Falls wir noch ein paar ähm ... ... ... ... ... noch ein paar coole Kisten finden. Mit meinem Blackset von 1 bin ich mir sicher, ich werde eine Menge Kisten finden. Au. Secret Room Re-Roll-O-Mart. Batterien. Ach, fach. Ich hätte so gerne den Harschkampf gesehen mit dem Strohhalm. Bin immer noch ein bisschen stinkig, dass wir das nicht sehen werden. Au. Ich würde sagen, auf der Ebene gibt es für mich ... Ah, das ist der Super Secret Room. Das ist nicht mein richtiger Secret Room. Suchen wir noch nach dem Secret Room. Und dann hauen wir ab. Ich werde dann Isaac bekämpfen. Da ist er nicht. Links ist er auch eher nicht. Was hier unten? Und ich habe keine Bombe mehr. Secret Rooms und Shop Pool? Ja, dann kann ich ihn in der Chess doch auch nicht wirklich aus Gold Kisten kriegen oder was? Oder doch? Oh, nein. Ich sollte am besten jetzt noch sehr viel Schaden nehmen. Schlüssel. Nee, komm, wir machen einfach Isaac. Dann wiederum wir machen den Challenge Room. Da kriege ich dann noch ein paar Bomben raus. Und dann finden wir noch die guten Secret Room und dann sehen wir ob da noch Revolumat drin ist. Und dann sind wir wieder im Spiel. Ich mag es übrigens wirklich sehr wie viel Schaden der Ball of Bandages macht. Wenn ich damit die Gegner reinrenne. Das ist ziemlich cool. Noch ein bisschen Geld. Und ein paar Spinnen. Ist okay. Ah, Secret Room. Nein, ich glaube, da waren da ganz links Steine. Ich glaube, der kann doch nicht sein. Da unten habe ich schon versucht. Ach. Warum ist der Secret Room denn hier so? dumm versteckt gerade? Warum bin ich in diesem Raum hier gerade drin? Ach. Komm schon. Secret Room in der Chest? Ja, ich will den Secret Room hier auch mitnehmen. Wenn wir den Arky mitnehmen wollen, dann müssen wir es auch wirklich versuchen. Oh Gott. Oh nein. Hier links vielleicht, ja. Okay. Na ja, na ja, na ja. Münzen knacken. Und so würde ich einen dritten Quarter rausbekommen. Fällt mir noch eine Möglichkeit zum Rerollen. Und dann muss ich noch versuchen irgendwie unterwegs nicht zu sterben. Was aktuell das Hauptproblem darstellt. Ich glaube, ich nehme den Locust wieder mit. Nein, 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 wir nehmen den mit. Okay. Wo bin ich? Oh Gott. Was war gerade los? Was? Ich glaube, ich habe auf jeden Fall eine Menge Schaden gemacht. Isaac, lebst du noch? Spohal. Easy. Isaac ging gut down. Ja, ich war kurz in die Stadt Division verbannt. Okay. Müll, Müll. Äh, äh. 2020. Vielleicht. Mal schauen. Haben wir ja direkt den spaßigsten Raum von allen bekommen. Ist das nicht schön. Aber, mein Damage Output ist halt irgendwie immer noch wirklich gut. Weiß nicht genau warum. Man sich ist der Schaden, den ich auszeile, nicht sondern nicht hoch, aber irgendwie guter Schaden. Irgendwie ist das schon in Ordnung. Nicht gereicht, um die Sensen zu killen. Au! Wenn ihr seht, wie schnell das dumme Pferd auf mich zugerasst ist, gab nichts, was ich hätte machen können an dem Punkt. Oh, nein. Okay. Wir haben ihn. Hermit. Hermit bringt mir auch nichts. Ich hasse der die Longnecks. Die 20 im Seekro mit den ganzen Schlüsseln von Full Question Mark. Kann ich dafür dann irgendwie, aber ich kann dafür ja auch nicht, ich meine vielleicht kriege ich dann irgendein Dice oder sowas. Ich mache mir langsam Sorge um mein Leben. Langsam aber sicher. Fuck. Sieh nicht mehr gut aus. Es sieht nicht mehr gut aus. Befürchte ich. Kein Sequel Room. Ich weiß, dass Schlüsselbomben und Münzen zu Kisten werden können, aber ah ja, die Kisten geben immer Items, natürlich, stimmt. Oh mein Gott, wir müssen Sequel Room finden. Wir behalten das mal im Hinterkopf. Einmal da, wo du bist, okay? Wollen wir schön in deiner Ecke da drüben. Okay. Runter. Das war immer mega fettig. Er war zu schnell unterwegs. Er war zu schnell unterwegs! Gott! Ich habe auch den Secret Room nicht gefunden und ach, so ne Scheiße. Ach. Ne, 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 ne. Ne. Okay. Komm, das war, das war, das war, das war mies. Ich hätte die Karte nicht weglegen sollen. Ich hätte die Karte nicht weglegen sollen. Ich denke, es war okay, wie ich noch fast was aus dem Run rausgeholt hätte. Fast. Ah, ich werde gleich noch, ich werde jetzt was zum trinken und dann machen wir noch einen Run. Wird wahrscheinlich, äh, so der letzte Run für heute sein, denn wir haben noch eine Stunde, die ich streamen wollte, soweit. außer von Kartoffellappen gibt es dafür Boris von, äh, Boris Babo von Barbarossa. Äh, wie viel lieben Dank, wie viel lieben Dank. Wie konnte das so passieren? Ich bin schlecht ausgewichen. War nicht gut von mir, so konnte es passieren. Genau, ich habe was zum Trinken, ich bin gleich wieder zurück. Untertitelung des ZDF, Okay. Ich würde sagen, na, da war er. Ich würde sagen, wir versuchen das gleiche nochmal. Ich würde sagen, wir machen das gleiche nochmal. The Hush, äh, Hush oder, äh, The Beast. Fuck, das war noch nicht aufgeladen. Eins von beiden. Ja, wollte ich mich verarschen oder so? Was soll ich jetzt hiermit? Luck up? Okay. Boneheart und Luck up hier zu finden, nicht die verkehrteste Sache. Nicht die verkehrteste Sache. Auch wenn ich ansonsten nichts mitnehmen konnte. Außer von Lemmy 96, 21 Monate. Resub, wie viel lieben Dank. Oh, und Soulheart, Tinted Rock. Äh, immerhin etwas. Aber ich sage es euch, wie es ist. Der Run ist ziemlich aktiv gerade. Ziemlich aktiv sogar. Bis hier ist Liquid, Item mit enormem Potenzial. Bin fünf, warum muss ich die mitnehmen? Ace of Spades. Ah, Ace of Spades war, war das Bomben? Ne, das war Schlüssel. Bomben war Clubs. Wir warten auf den großen Raum und dann, ist das der große Raum? Das ist er. So, ich würde sagen, wir werden erstmal keine Schlüsselprobleme mehr haben in diesem Run. Im Gegensatz zum letzten Run. Oh, wir haben wirklich keine Schlüsselprobleme hier. Ich hoffe wirklich, dass ich den Strohhalm nochmal finden werde. Aber wisst ihr was? Der Run von gerade eben, der so schief gelaufen ist, war natürlich ungünstig, aber ich denke, es war ein guter Run für mich, um, ich denke, ich bin als Mensch daraus gewachsen. Der Grund dafür ist nämlich, ich habe den Strohhalm zu schätzen gelernt. Der Strohhalm ist so ein gutes Item und das habe ich jetzt endlich begriffen. Und dafür bin ich dem Run sehr dankbar. Wir können viele Kisten aufmachen, ich habe eine Menge Schlüssel. Dafür bin ich dem Run natürlich sehr dankbar. Ach, hier ist wieder ein komisches Secret Room Location. Hier vielleicht? Okay. Dark. Die Items waren beide auch nicht die besten. Ah, welche Items meinst du? Ich darf auch nicht zu viel Zeit hier verschwenden. Wir wollen nämlich noch Hasch erwischen. Wo ist die Facecam hin? Habe ich verloren. Außer von Stizzle 91, 16 Monate, Resub und von Silphit 44 Monate. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir finden noch... Oh ja, sehr schön. Was wollte ich finden? Fuck. Das war ich vom Trinket abgelenkt. Was wollte ich gerade sagen, was ich hoffe, dass ich noch finde? Keine Ahnung, war bestimmt irgendwas Gutes. Ich glaube, wir sprengen uns hier mal eben rein. Au. Lebenstechnisch sieht es nicht gut aus für mich gerade. Ich glaube, ich nehme die Karte noch mit. Ace of Diamonds. Sehr schön. Oh mein fucking Gott. Ich glaube, ich werde den Devil Deal weglassen diesmal mit Tainted Judas. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich versuche, auf Angel Deals zu gehen. Ich habe halt echt nicht die Herzen für sowas. Ich habe keine Lust auf diesen Raum. Ace of Diamonds. Wahrscheinlich nicht der beste Raum, um Ace of Diamonds einzusetzen, aber ich hatte auch wirklich keine Lust. Wirklich, wirklich, wirklich keine Lust. Ich habe keine Bombe. Hier können wir rein. Ist hier eine Bombe? Okay. Ein goldener Schlüssel wäre natürlich sehr mächtig für mich hier gerade. Komm schon, goldener Schlüssel. Oh, drei Schlüssel. Wichtig. Wichtig. That's lost coin. Oh, ich sehe jetzt gerade erst die große Kiste da unten. Kann ich Schlüssel kaufen? Ich hätte die große Kiste mitnehmen sollen. Ich habe sie erst zu spät gesehen. Na, gar keine Lust. Ähm, shit. Zu viele Schlüssel für Müll verschwendet. Dankeschön. Wenn ich Pech habe, kostet die große Kiste sieben Schlüssel. Richtig? Was macht ein Panic Button? Oh, mein Active Fighter wird aktiviert, wenn ich Schaden nehme. Nehme ich mehr mit. Schoolbag. Warum nicht? Bombe. Ich habe mich dazu entschlossen, erst die kleinen Kisten zu öffnen und jetzt habe ich auch nicht genug Schlüsse, um die große zu versuchen. Naja. Sollte wohl nicht so sein. Aber wir haben genug Geld. Kurze, bevor ich Schaden nehme, wird mein Space behalten aktiviert. Das wäre super gut. Mal schauen, ob es mit Dark Arts funktioniert. Der Knochen ist okay als Trinket. Ja, wenn Panic Button funktioniert, ist er besser. Broken Ark. Ich habe kein Bedürfnis, Blue Baby zu werden. Wie die meisten Leute. Niemand möchte ein Blue Baby werden. Au! Ne, wir werden jetzt nicht darüber reden, okay? Wir werden nicht darüber reden, was da gerade passiert ist. Ich möchte nicht. Ich will gar nichts hören. Ich will nichts hören davon, dass ich von dem Gegner, der einem keinen Schaden machen kann, Schaden erlitten habe. halb ist so hart. Hm. Au. Panic Button scheint nicht zu funktionieren. Monster Manuel ist natürlich auch sehr scheiße hier gerade als Ausbeute von denen. Ja, würde ich sagen, wir nehmen noch das andere Trinket mit. Oh, fuck, finde ich den Weg noch? Ja, finde ich. Wie war das? Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder viel zu viel Zeit, mal spenden sieben Minuten für Basement 2, das sollte eigentlich nicht sein. Das sollte eigentlich nicht so sein. Naja. Ich meine, wir müssen auch nur 30 Minuten Zeit einhalten. Muss man fairerweise sagen. Ich meine, ja, okay. Ja, nett, warum nicht? Dann nehme ich noch einen Begleiter für die Eben. Hier ist es Bob's Brain. Wer sollte es auch sonst sein, wenn nicht Bob's Brain? Ich meine, Bob's Brain ist okay, wenn ich es so für eine Ebene habe. Bob's Brain wird nur immer im Late Game nervig. Weil ich glaube, dass das zwischen ziemlich gut mitskalieren sollte mit dem eigenen Schaden. Ich bin trotzdem ganz froh, es nur für eine Ebene zu haben. So, wir haben wieder ein paar Schlüssel. Vorsichtig, ich habe ein explosives Gehirn bei mir. Und natürlich durch Abaddon gutes Damage abbekommen. auch relativ mächtig. Was haben wir hier? Leider nicht ganz so mächtig. Leider nicht ganz so mächtig. Und ich schätze, ich muss wirklich einen Shop mitnehmen. kann ich jetzt nochmal Bob's Brain bekommen? Nee. Ich habe Ball of Banaches bekommen. Ich werde kurz verwundert, was ich bekommen habe. Oh, Bob's Brain macht so eine Blutexplosion. Das ist eigentlich gut. Soulheart nehme ich. hiervon will ich nichts. Komm schon. Ach. Ach, komm schon. Restock, damit kann ich was anfangen. Wir nehmen eine mit. Was macht Temperance Question Mark? Fünf Random Pillen? Das ist auch nicht der Oberbringer. Pandora's Box gibt mir ein Boss-Item. Klar. Nehmen wir mit. Ich glaube, ich nehme lieber die Emperor-Karte wieder mit, ehrlich gesagt. Ich glaube, von der habe ich mehr an dem Punkt. Vor allem kann ich damit dann später irgendwas sehr Nerviges skippen. Okay, gehen wir zum Boss. Oh, ihr beiden. Der ist jetzt schon tot. Soulheart. Noch ein Soulheart. War ich da eben schon im Devil-Deal drin? Ja, war ich. Oh. Hätte ich das mal besser mitnehmen sollen? Ja, wie auch immer. Das läuft nicht zu übel, würde ich sagen. Läuft nicht zu übel. The Moon? The Moon ist natürlich auch nicht zu übel. Ich glaube, ich stresse mich ein bisschen, dass ich immer noch relativ schnell unterwegs sein sollte. Ich habe immer noch viel zu viel Zeit für Scheiße aufgebraucht. Und dann meine ich nicht mal die Gegner hier gerade. Ich meine einfach nur generell. Ich überlege gerade, was will ich mit der Moon-Karte überhaupt machen? Ich habe noch sowieso gratis aus den Cursed Rooms raus. Goldner Schlüssel. Also ich muss sagen, das hier aktuell guter Run. Guter Run. Bin so weit sehr zufrieden. Book of Secrets. Finde ich auch gut. Bisschen Secret Rooms offenbaren. Habe ich nichts gegen. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Ich nehme noch die Emperor-Karte wieder mit. Ah, Shop. Wo könnte der Shop sein? Ansonsten würde ich sagen, Timing-technisch habe ich wieder gut was aufgeholt. Hier ist der Shop nicht. Glaubt ihr, Mysterious Liquid ist gut im Kampf gegen Hush? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, weil er, wenn er getroffen wird, immer so ein Stück zur Seite geschoben wird, bei genauer Überlegung. Darauf läuft es irgendwie meist hinaus, wenn man sowas gegen Hush hat. Vielleicht kann ich mit den roten Bomben was gegen Hush machen. Wenn er da dann ein bisschen in der Suppe steht. Die machen ja eine größere Pfütze. Da sollte er nicht so einfach entkommen können. Vielleicht. Das ist auch keine so viel größere Pfütze. Ah, leider, ich habe leider nicht die Zeit hierfür gerade. Mies. Mies. Mies, 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 mies. Das war sehr, okay, jetzt haben wir sehr viel Zeit vergoldet für nichts. Wenn im Space beeilte Monster beschwört worden erinnert mich das nur. Was? Woran erinnert ich das? Ich habe keine Ahnung. Was? Wo beschwert er mit dem Spacebar Item ein Monster? Für ein Isaac auf jeden Fall. Ich habe gerade super viel Schaden genommen. ich die Nachricht gelesen habe. Rottenheart kann man nicht mitnehmen. Keeper Sack, Keeper Sack, Keeper Sack. Keeper Sack muss man schon mitnehmen. kann sich einfach Keeper Sack sehen und nicht mitnehmen. Schlicht und ergreifend unmöglich. Viele haben es versucht, niemand hat es jemals geschafft. Keeper Sack ist einfach ein gutes Item. Wenn du vorhast, Items im Shop zu kaufen, dann willst du Keeper Sack mitnehmen. Ich wünsche, ich könnte noch ein bisschen mehr dummen Schaden nehmen. Devil Deal. Ist okay, ist okay, ist okay. Komm schon. Gutes Experimental Treatment gerade, was? Wollt ihr mich verarschen? Was ist hier los? Was ist hier los? Kann ja nicht sein, dass wir sowas hier bekommen. Karte aufgedeckt, sehr mächtig. Ich meine, mein Shotspeed ist ein bisschen gesunken, aber ich glaube, ich habe sogar HP dazu bekommen. Ich habe gehört, HP zu haben, soll in Isaac gar nicht mal so verkehrt sein. Habe ich im Taktik Guide gelesen. Krampus. Krampus. Drop bitte die Kohle. Damien, ich würde den Kopf auch lieber mitnehmen als... Au. Den Kopf würde ich auch lieber mitnehmen als Monster Manuel, ehrlich gesagt. hat. Fangläuche werden den Kopf jetzt sogar verwenden, um ein bisschen Räume schneller zu kieren. Sowas hier zum Beispiel. Stell dir mal vor, wie lange der Raum gebraucht hätte, wenn ich nicht Krampuset eingesetzt hätte. ich will gar nicht vorstellen. Oh Gott, außerdem von Fabian Reus 20 Euro Superchat. Großer Gott. Äh, viel, viel lieben Dank. Viel, viel lieben Dank. Der will willkommen zum vermutlich letzten Run des Abends. Komm, schauen wir. Ah, mies. nichts. Keine Zeit zu verlieren. Irgendwie ist Krampus et aber auch Scheiße. Ist irgendwie nicht mehr ganz der, äh, carried nicht mehr ganz den Run, wie es damals der Fall war. Ist übrigens auch super ärgerlich, dass überhaupt fucking Krampus kam gerade. weg mit dem. Den wollen wir hier nicht mehr. Hab gerade beschlossen, dass Krampus nicht mehr gebraucht wird. Golde Bomben. Oh mein Gott, Car Battery, Car Battery, Car Battery, Car Battery, Car Battery. Bug. Nein, 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 nein. Ich hab auch nicht mehr viel Zeit. Ich brauch die Car Battery. Secret Rooms auf dem Bad. Da ist noch ein bisschen Geld drin in den Secret Rooms. Erzähl mir doch nichts. Geh weg. Bleibt der Stream nachher online? Äh, ja. Wahrscheinlich sollte ich die Runs wieder so einzeln hochladen. Ich hab überlegt euch einfach den ganzen Stream so, äh, das Ganze veröffentlichen, aber ich soll wahrscheinlich die Runs wieder einzeln machen. Ich glaube, das ergibt am meisten Sinn. Ich mein, wir hatten vorher in dem Run kein Problem mit Geld, aber dann hab ich sehr viel Geld für Müll ausgegeben. Und dann hatte ich auf einmal Geldprobleme. Kennt ihr das? Nein, was ist das denn jetzt? Ach, tu mir das doch jetzt nicht an. Warum finde ich jetzt kein Geld mehr? Ich brauche nur einen Cent. Wollt ihr mich verarschen? Ich weigere mich zu glauben, dass das... Ich krieg keinen Cent. Ich krieg den einen Cent nicht zusammen. Das kann doch nicht passieren gerade. Oder? Ist das möglich? Das ist so was tatsächlich passiert? Also schön ein bisschen von Monstru 2 treffen lassen. Wir haben auch keine Zeit mehr. Es sind keine Töpfe mehr auf der Ebene. Die Car-Battery wäre sehr stark für mich gewesen. Ach, Shot Speed, bitte. Dankeschön. Oh, Soul Heart. Dankeschön. Einfach die Car-Battery nicht bekommen. Unglaublich sowas. Unglaublich. Da fehlen einem die Worte. Boss Rush wird auch nichts. Ist okay, die brauchen wir sowieso nicht wirklich. Meins ist übrigens harsch, falls euch das nicht aufgefallen ist in erster Linie. Wir müssen da an, wie sehr ich mich beeile gerade. Wenn ich harsch erwische, dann geht's richtig los. Ja, Boss Rush ist in drei Sekunden zu. Mies. Falls ihr mal interessiert, der Generator Run Forgotten to the Beast. Ich mag Forgotten irgendwie nicht so. Forgotten ist nicht mein Lieblingscharakter. So gute Sache ist nur, dass ich da eine Woom-Ebene skippen kann. Darüber freue ich mich sehr. wie ist der Run gelaufen. Vermutet, der Haken-Emoji bedeutet, du hast sie gewonnen. Nein, mein Sklett, Jungs. Ich muss sagen, mein Shot Speed ist gerade auch irgendwie so ein bisschen nervig niedrig irgendwie. ich nehme auch viel zu viel Schaden gerade. Ich fühle mich nicht mehr so sicher, was diesen Run betrifft. Oh, mein fucking Gott. Ich fühle mich nicht mehr so sicher, was diesen Run betrifft. okay? Ich glaube, ich habe an dem Punkt zu viel dummen Schaden genommen. Ja, was auch immer. 4,5 Volt wäre übrigens noch mein Traum-Pick-up gerade. Wenn wir das noch haben könnten, würde ich sehr sehr zu schätzen wissen. Oh, mein fucking Gott. Nein, ich, ich komme, ich kann so in einen Champion nicht rüber. Oh, mein Gott. Joker, immerhin. Aber der braucht Joker. ja, scheiße. Mein Leiter ist okay, denke ich. Traumfänger ist tatsächlich gut. Okay. Okay. Oh mein Gott, mächtig. Äh, generell, ich habe ein bisschen Angst vor Hush in diesem Run, muss ich gestehen. Ich habe ein kleines bisschen Angst vor Hush an dem Punkt. Kann Mr. Mee Hush öffnen? Sollte er? Keine Ahnung, warum, äh, ach, wegen dem, wegen dem Mr. Punkt? Ich habe keine Ahnung, warum, äh, Nightbot die Nachricht gelöscht hat. Okay. kann ich jetzt auf jeden Fall auch fliegen. Sollte mein Leben auch ein bisschen erleichtern. Ich wünsche, ich würde, äh, warben halbwegs okayen Schaden machen, wisst ihr das? Halbwegs okayer Schaden ist alles, was ich mir wünschen würde gerade. Aber das ist nicht das, was ich gerade bekomme. Ja, es war miserabel. Ah, wir wollen natürlich Polaroid. Und weiter geht's. Ich benutze einen Xbox One Controller. Nicht lang schnacken. Ach, fuck. Ist natürlich einer, der mir ein nutzloses Item gibt. Stirb doch! Das fucking Pferd. Da wiederum brauchen Book of Secrets nicht mehr an dem Punkt. Backstabber! Ähm. Ja, ich bin gespannt, wie der Kampf von Tantiju das gegen Hush laufen wird. Backstabbers OP mit Tantiju das? Okay, wir versuchen Backstabber. Vermutlich sollte ich die Punkte dafür nicht ausgeben, aber was soll's. Was soll's. Ich hasse das hier gerade. Ist ihr das? Oh nein! Warum? Direkt Schaden genommen. Da haben wir noch einen schlechten Secret Room. Dann wiederum wir werden noch einen Shop bekommen, also... Wir gehen auf 30 Cent und dann hau ich 35. 35 Cent, dann bin ich weg. Okay. 34. 34 Cent, dann bin ich weg. Hier will ich eh nicht hin. Also ich hoffe, dass ich It Lives möglichst schnell finde. Wir müssen mich jetzt unter 30 Minuten It Lives besiegen, damit wir zu Hush können. Das wäre eine Sache, die ganz cool wäre. Ach, fuck. Fuck. Ich glaube, ich sollte nicht mein Geld bei dem da lassen. Ich glaube, das ist keine gute Investition für mich. Er droppt wahrscheinlich HP ab, aber ein HP ab ist irgendwie... Das ist nicht so viel. Mal weg. So hart. Arcade Room? Müll? Müll? Was mit den ganzen Bäckern hier auf der Ebene? Was wollen die alle von mir? Außer mein Geld. Die müssen doch noch irgendwas anderes von mir wollen. Sonst wären ja nicht alle hier. Ah. 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 Eventuell habe ich nicht ganz die Leben, um Hush zu bekämpfen. Weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber... Ich habe sehr viel HP verloren, gerade in den letzten paar Räumen. Das sieht nicht so aus, als ob ich HP jemals wieder zurückkriegen würde. Ah. Wer lebt denn hier noch? Oh, das ist ganz gut. Ah. Ich habe halt auch nicht wirklich Zeit, aber... Ach. Eigentlich keine Zeit dafür, aber ich brauche das HP ab. Okay. Wisst ihr, man sollte auch nicht zu hart zu dem Bagger sein, denn er hat respektiert, dass ich keine Zeit habe und er hat sich dazu entschlossen, weder meine Zeit noch mein Geld zu verschwenden. Und das ist schon mal sehr freundlich, wenn ihr mich fragt. Nehme ich mit? Äh, das nehme ich nicht mit. Zwei Bomben. Oh, fuck. Sohnhart! Wo ist der Boss? Wo ist It Lives? Da ist It Lives. Okay. Los geht's. Au. Fantastisch. Warum habe ich keinen Schaden genommen gerade? Jetzt habe ich Schaden genommen. Achso. Warum haben wir den Polar Reutsch aktiv? Ne. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich... wie ich Hasch besiegen sollte. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Hier kriege ich auch nur... Hier kriege ich nichts Brauchbares raus. Habe ich Restock? Ich habe Restock. Vielleicht habe ich doch eine Ahnung. Äh, Intruder. Ich meine, der macht Bonusschalen. Wir nehmen Intruder mit. Ja, wir nehmen das mit. Ja, wisst ihr was? Hasch ist... möglich. Ich mag es, dass ich Bomben so gelegt habe, dass ich die Ecke nicht weggesprengt habe. Das war... sehr clever. Hasch ist absolut möglich. Crawl Space. Nein. Ich verschwende mal eben meine Bomben. Okay. Warte mal, die Schere ist nicht aufgeladen. Äh. Tsch. Ich wünsche, die Schere wäre aufgeladen. Wisst ihr das? Fuck. Das Problem ist, wenn ich die Batterie mitnehme, kann ich kein Soulheart mehr kaufen. Ja, der hätte früher mal kommen sollen. Äh. Nee, nee, nee. Ach, weil ich kann nur eins holen? Ich dachte, ich hätte zwei holen können. Ich kriege keine zwei Cent mehr von irgendwo her. Ja. Ja, shit. Okay. Wünsche mir Glück. Denn das werde ich brauchen. Backstabber leistet gute Arbeit soweit. Da ist mein Geld. Da ist ja mein Geld. Okay, den Schuldeneintreiber Lifestyle. Ich glaube, ich habe da Schaden genommen. Okay. Los geht's. Oh, der Backstabber. Oh, der Backstabber. Der steppt richtig rein. Shit. Nein, kann ich bitte... Oh, mein fucking Gott. Ich werde so viel von so dummen Projektilen getroffen. Ich sehe doch nichts. Nee, nee. Das wird nichts. Das wird doch nichts. Ich weiß nicht ganz, was ich gegen die langsamen... Die teilweise langsamen Projektile machen soll. Weil mein Damage ist hoch. Das ist ganz nett. Ich halte Abstand. Okay, gut. Die Bombe hätte ihn fast erwischt. Das wäre doch fast gut gewesen. Oh, nein, die Teile. Nein! Oh, Gott! Wie konnte das alles so scheiße laufen jetzt am Ende? Wir versuchen es nochmal. Das war so schlecht. Das war halt auch so ein schlechter Kampf von mir. Das war einfach alles schlecht. Alles schlecht. Das war auch kein Wunder, weil ich schon wieder auf die fucking Devil Deals gegangen bin. Warum bin ich auf die Devil Deals gegangen? Was dachte ich mir dabei? Das ist echt kein guter Charakter für sowas. Oh, ich habe fünf Bomben. Das ist eigentlich ganz gut. Das kann ich nicht öffnen. Gleich überschreitet er seine Schlafenszeiten. Nee, nee, so lange geht der Ron nicht. Halt ja mal keine Sorgen. Deswegen, davon gehe ich nicht um 22 Uhr schlafen. Hier um 23 Uhr. Was eine gute Zeit ist, um schlafen zu gehen, das kann ich nur empfehlen. So, diesmal habe ich gar keine Zeit zu verlieren. Wir gehen einfach direkt weiter. Oh Gott, die Range ist standmäßig von Tante Judas so schlecht. Das gefällt mir gar nicht. Schlüssel werde ich beibehalten für Shop oder Goldrum auf der nächsten Ebene. Keine Ahnung, Sequel Room. Tatsächlich ist hier ein Sequel Room. Okay, warum nicht? Warum denn nicht? Nehmen wir doch mit. Direkt 15 Cent. Habe ich den Shop gesehen auf der Ebene? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, der Shop fehlt uns noch. Ich glaube, in den würde ich gerne reinschauen. Oder den reinschauen, versteht ihr? Ich vermute, wenn ich auf der Ebene jetzt wieder in den Devil Deal geworbt werde und da was Gutes drin ist, werde ich wieder auf Devil Deals gehen. Deswegen hoffe ich, dass es diesmal nicht passieren wird. Außer von Shadow. Frischer Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Stark, direkt weg. So, hier haben wir uns einen Shop. Und der hat mich enttäuscht. Der Shop hat mich enttäuscht. Aber wir haben noch mehr Bomben bekommen. Dementsprechend. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen. Und sich daran erfreuen, dass wir einen fantastischen Bosskampf für die erste Ebene bekommen haben. Aber wenn ihr seht, wie die Bombe reingeschmettert hat? Die hat richtig reingeprettert. Letchkey. Soulheart. Zwei Schlüssel. Weiter geht's. Seht ihr? Langsam bin ich richtig drin. Langsam weiß ich, wie es läuft. Da war noch die Kiste im ersten Raum. Keine Zeit zu verlieren. Außer von Black Sky. Frischer Sub. Und der First Necro. Äh, drei Monate. Re-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, und Spelanka-Set. Ein Lebensretter. Schau euch das an. Schau euch an, wie Spelanka-Set direkt dabei hilft. Die Sequel-Rooms zu finden. Mein Gott. Was ein Macher. Die hat noch eine Menge Geld abgestaubt. 25 Cent. Ich sollte mit den roten Kisten hier aufpassen. Denn wenn ich Angel-Deals will, dann sollte ich wirklich nicht die roten Kisten einfach so aufmachen. Denn es ist relativ wichtig, dass ich speziell den Devil-Deal hier nicht betrete auf der Ebene. Um zu gewährleisten, dass der nächste Deal, den ich kriege, auch wirklich ein Angel-Deal wird. Und das würde ich gerne gewährleisten. Das Gefühl ist an dem Punkt auch schon wieder ewig her, seit ich das letzten Run hatte, an dem ich auf Angel-Deals gegangen bin. Zu Beginn von Repentance waren Angel-Deals stärker als Devil-Deals. Aber au. Aber jetzt, je mehr Zeug man freischaltet, desto mehr habe ich das Gefühl, geht es mir in die Richtung, dass Devil-Deals stärker sind. Oh, mächtig. Mächtig rübergeschoben. Mächtig rübergeschoben. Okay. Okay. Was ist das jetzt für eine Ausbeute? Wollt ihr mich verarschen? Was soll das denn jetzt? Das war ja nur Müll. Dafür habe ich mir die Mühe gemacht. Hör auf, mit Broken Uncarn zu drehen. Ich wurde komplett gescammt. Ja, mein Shot-Speed ist ein bisschen höher, schätze ich, aber... Shot-Speed ist ein ziemlich belangloser Stat. In der Regel. Klar. Klar. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich würde sagen, ich habe immer noch ein relativ gutes Momentum dabei. Wir werden auf jeden Fall noch den Goldraum mitnehmen. Ich habe das Gefühl, mehr Items zu haben, ist besser, als weniger Items zu haben. Falls ihr meiner Rechnung soweit folgen könnt. Jetzt können wir ein paar Bugertiers machen, wenn ich ein bisschen mehr Luck hätte. Oh, ich habe ein Luck-Set von 1. Das ist nicht so übel. Können wir mal drüber reden, wie gut Spelanka-Set einfach ist? Dass ich damit direkt beide Sequel-Rooms sehen kann. Das ist ziemlich stark. Easy. Wir nehmen ihn mit für Conjoint. Und weiter geht's. Ist besser geworden sogar. Ja, ich glaube, früher war es nicht so gut, aber inzwischen ist es halt wirklich stark. Es ist weird, dass bei mir einer auf der Arbeit Moggi wirklich sehr ähnlich sieht. Denke mal, dass du Vollzeit-Youtuber-Slash-Streamer bist. Ja, das ist der Grund, der dagegen spricht, dass ich ein Arbeitskollege von dir bin. Und nicht die generell sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Credit Card! Also, wenn jetzt ein Devil-Deal kommt, Freunde. Oh, shit. Wenn jetzt ein Devil-Deal kommt, dann nehme ich aber gratis was mit. Ja. Eventuell bräuchte ich noch ein bisschen Damage. Ich habe das Gefühl, das hat gerade sehr viel länger dauert, als es das sollte. Meistens sehen die Leute mir natürlich nicht ähnlich, sondern haben nur Glatze und Bart. Das ist das... Aber den Aspekt wollte ich gar nicht ansprechen, dieses Mal. Das ist meistens, was bei rauskommt. Für Neuigkeit, der Run ist gleich geschafft. Dörnt mal nicht, äh, ich bin gleich tot. Ich fände es gut, wenn ich irgendwas, äh, wenn ich irgendwo ein Leben herbekommen könnte. Bin ich ein großer Fan. Aber ich sehe schon, wir kriegen keine. Wir kriegen keine. Ich dachte, das können wir vielleicht nicht ins Spiel abgeben, aber... Nee. Nee, 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 nee. Nicht so einfach. Ich will so auch noch nicht zum Boss gehen. Ehrlich gesagt. Ach, komm schon. Wir müssen doch von irgendwo noch ein paar HP herbekommen. Ach, fantastisch dieser. Ich freue mich natürlich direkt über diesen Raum. Was? Nein. Hör auf, die ganze, die Türen aufzusprengen. Aber wir nehmen doch den Goldraum mit. Wir nehmen doch den Goldraum mit. Und dann schauen wir weiter. Oh Gott. Ich sollte nicht ohne Dark Arts hier durchgehen. Wenn ich hier getroffen werde, wäre es nämlich schon sehr ärgerlich für mich. Weil ich will wirklich, dass der Run nicht stimmt. Ich habe das Gefühl, Bugertiers sind schon relativ spaßig. Serpent's Kiss? Ist Serpent's Kiss so gut für Tainted Judas, wie ich gerade denke? Ich meine, Gegner, die durch Kontaktschaden gekillt werden, können zu schwarzen Herzen werden, oder nicht? 15% Chance. Jetzt haben wir nur keine Gegner mehr. Na, wir haben da oben noch welche. Ich verschwende schon wieder so viel Zeit, aber... Oh Gott. Wir müssen ausrechnen, die die ganze Zeit spawnen. Generell sehr viele Gegner, die ich nicht einfach mit... Kontakt-Damage killen kann. Die droppen keine schwarzen Herzen. Die droppen keine schwarzen Herzen. Das Spiel will mich leiden sehen. Oh Gott. Warum? Warum? Ich finde, das habe ich nicht verdient. Okay, wir schauen nochmal in den Shop. Zeittechnisch sieht es jetzt sowieso scheiße aus. Nimm PhD. Krieg eine Pille. Help up. Boom. Problem gelöst. Problem gelöst. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Shit. Oh, Bugertiers? Richtig. Vielleicht könnte auch noch was schief gehen, aber... Die Bugertiers helfen natürlich ungemein. Oh, die waren so stark gerade. Seht ihr das? Luck up. Ne, ich brauche HP ab. Und weiter geht's. Natürlich kein Angel-Deal bekommen. Die droppen nur eventuell schwarze Herzen, wenn sie vergiftet sind. Ah, fuck, dann werden sie gar keine schwarzen Herzen für mich droppen. Naja, was soll's. War schon auch ein bisschen ermutigt, davon auszugehen, dass Serpent's Kiss eventuell nicht kompletter Müll ist. Muss man fairerweise sagen. Ah, ne, 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 ne. Dann wiederum... Ne, ich kann die Bosse dafür. Ne, wir machen nicht die Bosse dafür. Ist es nicht wert. Kostet viel zu viel Zeit. Starkes Item, ultrastark. Ich meine... Ganz klar, so dass es auch stark wäre. Und hilfreich. Wenn ich irgendwie einen Raum hätte mit neutralen Spinnen oder so, wäre das super gut. Oder irgendwas würde ich mich unsterblich machen. Ja, solche Gegner zum Beispiel. In die kann ich einfach reinrennen. Die kein Kontaktdamage machen. Das heißt, ich würde sagen, Serpent's Kiss ist... Er ist noch nicht ganz... Wir sollten ihn noch nicht ganz vergessen. Er kann durchaus noch hilfreich sein. Bozo! Genauso bei denen. Seht ihr? Ne, 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 ne. Serpent's Kiss ist noch lang nicht aus dem Spiel. Mit dem sind wir noch nicht fertig. Tür ist ab, Pille. Jetzt sind wir aber so langsam im Spiel angekommen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt ist es auch wieder vorbei. Aber bevor es vorbei war, ging's los. Steam Sale. Shop in Schul und sowas. Ach, Schul... Wir gehen nicht nach Schul. Weg damit. Das bringt mir nichts. Da gehen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Ich wünschte nur, ich wüsste, welche Gegner Kontaktdamage machen und welche nicht. Das ist eine Sache, bei der ich mir... Naja, die machen Kontaktdamage. Das ist eine Sache, bei der ich mir ein bisschen unsicher bin. Außer von, äh, Bongoli. Äh, frische Mitgliedschaft. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Direkt höhere Devil Deal. Äh, Angel Deal Chance. 85 Prozent. Komm, jetzt kriegen wir was. Jetzt kriegen wir was. Ja, der Partyhut macht den großen Unterschied für Tainted Judas. Oh, oh. Ah, der wird jetzt ein bisschen dauern. Hm. Ja, der dauert gerade ein bisschen länger, als ich mir wünschen würde. Vor allem haben wir nicht genug Zeit, damit die Bugatiers wirklich bei ihm was machen können. Oh, die Bugatiers müssen gegen Hasch doch super gut. Wie sind Bugatiers gegen Hasch? Gut, oder? Die sind gut. Die sind gut, richtig? Ja, die sind gut. Erzähl mir doch nichts. Damage. Damage. Und wir sind weg. Ich kann jetzt fliegen. Oh, XL-Ebene. Stark. Ich meine, in sich scheiße, aber... Kann ich erstmal ein bisschen Zeit sparen. Und wir haben auch ein Item bekommen, das ganz okay sein kann. Nein, warum bin ich nicht in sie reingerannt? Äh. Ich bin in die Gegner nicht reingerannt. Das war dumm. Ja, wisst ihr was? Ich fühle mich ganz gut, damit Revelation gefunden zu haben. Schon allein deswegen, weil ich jetzt fliegen kann. Aber auch, weil es, äh, eines der stärksten Items im Spiel ist. Es hilft natürlich auch... Auch ungemein. Ich würde es nicht einsetzen, weil ich keinen Reiter... Doch, warte, ich will einen Reiter. Doch, doch, doch. Warte, 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 warte. Cube of Meat ist super gut für mich. So, wir werden mal ein bisschen Kontakt-Damage machen gegen die Gegner. Und wir werden natürlich nicht belohnt. Das ist okay. Book of Shadows zusammen mit Serpent Kiss. Sehr mächtig. Sehr, sehr mächtig. Oh Gott, das ist auch sehr mächtig. Weg mit dir. Aus dem, äh, Kiyoshi, äh, Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Willkommen. Hab gehört, du hast Biest geschafft mit Tainted Lost. Du liegst absolut richtig. Es ist wahr, aber es ist nicht mal... Ich kann mich nicht mal zu sehr darüber freuen, weil es war, ehrlich gesagt, sehr cheap. Ich hatte quasi unendlich, äh, Holy Cards. Das heißt, an dem Punkt konnte ich kaum verlieren, aber ich hab mich trotzdem... Ich hab mich nicht gut angestellt, würde ich sagen. Aber ich hatte so viel Glück mit den Items, dass es trotzdem, äh, gereicht hat. Ah, das gehört mir nochmal dazu. Geschafft ist geschafft. Yeah, ja. Es hat sich dann aber nicht nach dem, äh, verdienten Sieg irgendwie angefühlt. Gehen wir auch noch mit. Joker. Ja, komm. Credit Card. Ach, Credit Card macht alles gratis. Hätte ich mal früher wissen sollen. Jetzt mein Ziel übrigens, äh, harsch zu machen mit, ähm... Mit, mit, mit... Was weiß ich mal, was der Name war. Attempted Judas. Serpentskissar nicht ausgezahlt. Ich weiß, was du meinst, aber nach vielen Versuchen darf man auch, äh, mal ein Geschenk bekommen. Yeah. Ich mein, es war auch, äh, heute waren es davor schon viele Versuche. Hast du auch Isaac gestreamt vorhin? Oder irgendwas noch Abenteuer, äh, XL Ebene. Wir können auf jeden Fall... Bombe? Bombe? Ich wünsche, ich hätte die Full-Karte hier. Der Schäde mit dem X ist auch nicht ganz da. Wir machen mal den ersten Boss. Komm, wir jetzt... Hau, hau doch nicht die ganze Zeit ab! Was ist denn los mit dir? Bleib, bleib doch mal, bleib doch mal ganz cool. Ich weiß nicht, geh dich jetzt da mit. Ich hab mir ein schwarzes Herz. Äh, ich will Orbiter. Ich hab mir das Cult of the Lamp-Update eingeguckt. Ah ja, das kam raus. Was, das Sex-Update? Ich fand leider die... Ich fand Cult of the Lamp leider, äh, generell irgendwie nicht so... hatte für mich nicht so viel Langzeitmotivation. Ich fühlte das alles irgendwie relativ... Naja. Relativ schnell für mich durch war, irgendwie. Oh, fuck. Ich sollte, ich sollte ein bisschen aufpassen. Ohne, die Full-Karte lohnt sich halt auch, den Boss-Rush zu versuchen, nicht. Den hab ich vorhin schon richtig gemacht. Ich will das nicht nochmal machen. Oh mein Gott. Und Serpents Kiss mit Book of Shadows ist so gut. Es ist so gut. Es ist so dämlich gut. Vor allem, wenn ich damit dann in die Fliegen... die Hush-Spawned mal reinrenne, sollte ich damit dann nicht super viele schwarze Herze regenerieren können. Oh, das wird das Leben. Warum bin ich hier runtergegangen? Das wird das Leben, sag ich euch. Und wo ist der dumme Stein? Kam der schon? Da hab ich ihn einfach übersehen. Danke für das schwarze Herz. Wir haben gleich volle Leben. Ich hab das Gefühl, ich benutze Dark Arts an dem Punkt kaum mehr. Was soll man machen, wenn man... Oh, ich kann, ich kann... Warte, ich kann Revelation weiter abfeuern, während ich mit Dark Arts unsterblich bin. Okay. Das würde ich als interessant bezeichnen. Ja, es geht wirklich. Huh. Und dafür hab ich mir die Mühe gemacht. Naja. 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 Von Sam ist auch noch okay. Hab's, nachdem ich durch war, nicht mehr angerührt. Aber wie ist das Update? Krams-System ist halt echt langweilig. Ja, und die Dungeons generell. Und ich hab auch das Gefühl, dass... Ich mochte mein Dorf und sowas, aber dann sind meine Bewohner gestoppt und dachte ich mir, ich hab... Mir ist so egal, wer die Neuen sind. Die haben nicht mehr... Den hab ich nicht mal mehr Namen gegeben. Keine Ahnung, wie es bei anderen Leuten aussieht, aber... Keine Ahnung. Die Neuen dann im Dorf waren, das war mir halt echt egal. Nachdem Fully nicht mehr Scheiße gefressen hat, kam nichts mehr Gutes bei raus. Schädel rechts unten. Jetzt brauchen wir... Oh Gott. Jetzt brauchen wir ihn eh nicht mehr. Boss Rush ist vorbei. Kein Boss Rush mehr für uns. Unser Ziel ist jetzt zu Hash zu kommen. Und ich behalte generell lieber die Joker-Karte in dem Punkt. Ich komm schon, die Bogatheer... Oh, die Bogatheer... Bogatheers gegen Hash bin ich auch sehr gespannt. Ach, Boso, ich wollte gerade sagen, wo kam der Rainbow-Haufen her? Natürlich, Boso ist immer auf unserer Seite. Er ist immer für mich da. Kein Deal? Deal. Ja, komm. Backstabber nehmen wir mit. Das Update sah bisher okay aus. Hab noch nicht so viele Neuerungen gesehen, um ehrlich zu sein, aber kommt, denke noch. Ja. Neuerungen kann man immer opfern oder zuerst machen, wenn keiner hinsieht. Und die alten Kollegen, zu denen man eine Bindung hatte, äh, wiederbeleben. So mach ich das immer. Na, ich mein, so weit hab ich's nicht gespielt, weil... Aber auch das Kampfsystem nicht so interessant. Vielleicht werd ich irgendwann wieder reinschauen. Wahrscheinlich nicht. Geh mir mal das, Trinket. Das macht wenigstens was. Daran hab ich keine Erinnerung. Du hast keine Erinnerung daran, dass... Warte, hast du scheiße gefresst? Ich glaub, es war Fully. Oder was, Johnny? Wer hat das scheiße Sandwich gefressen von euch? Irgendeiner von euch war das, Maeve. Gib doch mal ein Herz mal wieder an dem Punkt. Gönnt doch mal was. Ich glaub, Revelation ist auch super stark mit der Backstabber. Kann das sein? Und volle Herzen. Maeve ist plötzlich so still. Er schreibt gerade sein Statement. Ah, das ist nur in dem Spiel passiert und spiegelt nicht meinen Charakter wieder. Zwei Leute wollt scheiße fressen. Einer davon war Maeve. Oh. Jetzt ergibt alles silly plötzliche Stille. Hä, 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 hä. Ich bin gerade übrigens fast ein bisschen enttäuscht. Oder sollte ich enttäuscht sein, dass ich mit dem Run jetzt nicht versuche, ähm, The Beast zu machen? Was würd ich jetzt sagen? Das wär ein guter... Das wär auch ein guter Run, um The Beast zu machen, oder? Naja. Wird schon passen. Jeder Unlock ist ein guter Unlock. Pretty Fly. Huge Grow. Mächtig. Mein Ball of Bannages killt jetzt teilweise die Gegner für mich. Das ist gar nicht nett. Half up. Warp. Gib mir noch eine Pretty Fly. Nehmen wir Müll. Nehmen wir das mit. Vielleicht kann ich dann noch ein zusätzliches, äh, Goldraum-Item mitnehmen. Du hast 5,5 Schaden, bin mir nicht so sicher. Ja. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich nicht die optimalste Menge. Oh, oh. Wahrscheinlich nicht die optimalste Menge. Ja. Lokis leben doch schon relativ lange. Tears up, luck. Ne, wir nehmen, wir nehmen die Augentropfen mit. Öh. Äh. Wenn ich einen Slot frei hätte, würde ich das mitnehmen. Aber ich hab keinen Slot frei. Weiter geht's. Wieskampf hätte weniger Regenerationsmöglichkeiten. Ich mein, der dritte Reiter, äh, Pestilence, hätte eine Menge Möglichkeiten. Aber ja, ja, ja. Ich denke, es ist okay. Wenn ich Hatsch geschafft hab, sollte ich mich nicht beschweren. Das ist dann schon auch keine verkehrte Sache. Skeleton Key. Na, Wahnsinn. Skeleton Key ist so ein unnützes Item. Können wir mal darüber reden? Ich mein, der sieht aus, als ob er nützlich sein könnte. Aber er ist es wirklich nicht. Er ist wirklich nicht nützlich. Wir können, wir können theoretisch da oben mal rein. Ach, komm. Äh, ich brauch, ich brauch ein bisschen Damage. Ich brauch ein bisschen Damage. Befürchte ich. Bleib jetzt mal da, wo du bist. So, weg mit dir. Ich würde sagen, die Spritze hat sich gut gemacht. Hier muss ich nicht mal mein Schild einsetzen. Um Herzen abzustauben. Sehr schön. Cursed Room. Ich wusste übrigens bis, äh, das war eine Sache, die Zombie angemerkt hat, weil er hat die Beschreibung gelesen. Es gibt dieses Shop-Item, in dem man mehr Cursed Rooms bekommt. Ich wusste nicht, dass das auch bringt, dass die Cursed Rooms, die man bekommt, dann besser sind. Das ist ein Teil der Beschreibung des Items, die ich wohl, äh, die ich immer, ähm, übersehen hab. Ich weiß nicht, wie ich das immer übersehen hab, aber ich, ich hab's irgendwie geschafft. Und jetzt würde ich sagen, wir sind mehr als schnell genug. Das habe ich tatsächlich auch erst vor ein paar Tagen erfahren. Ja, das ist irgendwie eine Sache, die man, die man leicht übersieht. Außerdem von, äh, Kartoffelnlappen, 25 Bits und der Brickery, sieben Monate. Teppery Sub, wie viel lieben Dank. Ach, würden die Schwarzen, ich seh's gerade, würden die Schwarzen Herzen dann bei dem, äh, Beastkampf, bei der Fliege in die Lava fallen? Oh, das wäre nicht gut, also bei Pestelands. Das wäre gar nicht gut. Das Wichtigste ist natürlich jetzt erstmal widerstehen, das, äh, Buch einzusetzen. Das wollen wir nämlich für den, äh, tatsächlich relevanten Kampf verwenden. One of Managers hat jetzt gerade alles weggemacht. Okay. So, auch der Teil, was das Item so gut macht, weil du es in jedem, äh, Cursed Room, Red Chess kriegst. Und mit, äh, äh, und mit der extra Münze können sogar die Keeper, äh, Cursed Rooms benutzen. Ja. Ja, das Item, ich hab's immer ein bisschen unterschätzt, weil ich nicht wusste, dass die Cursed Rooms besser macht. Oh, zum Glück hab ich genug Schlüssel für alles hier. Ein Glück. Ah, gut luck, dankeschön. Ich, ich bin relativ, ich bin relativ optimistisch, dass es hinhauen wird. Ehrlich gesagt. Und, ich hab keinen Luck abbekommen. Äh, dankeschön. Das ist natürlich eine sehr süße Belohnung. Das nehmen wir nicht. Wir nehmen das. Da will man sich natürlich auch nicht beschweren über den Spoonbender. Und Tintedroff mal hier. Spoonbender ist natürlich... Ich weiß gar nicht, ob er Einfluss auf Revelation hat. Ich glaub schon. Versuch zur Zeit so ein paar Challenges in Isaac zu machen. Und die meisten sind ja wirklich einfach nur nervig. Ja, das ist das Ding an den Challenges. Ich bin auch sehr froh, dass ich keine Challenges mehr machen muss. Komm schon. Dankeschön. Nein, Art Aiming. Sehr schön. Das ist auch nett für den Kampf gegen Harsch. Okay, wir haben sehr interessante... Und wir haben natürlich noch die Huge Growth Karte. Die dürft ihr nicht vergessen. Dein Dash macht die Projektile weg und gibt auch Damage dafür. Ich will jetzt nicht der Typ sein, okay, aber... Ich hab den ein oder anderen Rumpet Tinted Judas gemacht. Ich bin durchaus vertraut mit dem Konzept. Ich bin durchaus vertraut, damit wie der Charakter funktioniert. Oh, die Bugattias. Schau euch die Bugattias an. Eine Wohltat. Okay, nee, komm. Harsch kann nichts machen. Sind wir jetzt überhaupt durch irgendwas durchgedasht? Nein, ich mach die Projektile alle mit meinem Ball of Bandages weg. Das ist ein bisschen nervig. Na, dieses Mal hab ich ein paar erwischt. Immerhin. Hohohohohohohohohoho. Der Ball of Bannages macht alle weg. Oh mein Gott, ich liebe Revelation gerade in dem Kampf. Das ist so cool. Ne, da bleibt einfach nichts für mich übrig. Da bleibt nichts für mich übrig. Ich kann mir bei den ganzen Fliegen jetzt noch sehr viele Herzen machen, wenn ich wollte. Aber ich will natürlich nicht. Das haben wir natürlich nicht nötig. Schaltet es euch an. Prachtvoll. Absolut prachtvoll. Und wenn ich das mal so sagen darf, finde ich den Damage gegen Hush jetzt soweit auch gar nicht mal so übel. Hush geht schneller down, als man meinen würde. Jetzt sage ich, ich feiere einfach mal ins Nichts. Wir machen das einfach mal an dem Punkt. Wir machen den Backstep. Und. Ja, wir haben ihn. Erholungspause. Soul of Judas. Bisschen langweilig. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Wollen wir einen kleinen Delirium Run machen? Wir machen Delirium, oder? Ach, komm, Delirium. Komm. Wir werden auch den, äh, wir werden auch jetzt so einen starken Run nicht mit... Ich hab nicht mal Huge Grove eingesetzt. Fällt mir gerade auf. Aber wir werden auch so einen Run nicht einfach mit fucking Blue Baby beenden. Das ist mir ein bisschen enttäuschend. Da, da wäre ich, da wäre ich enttäuscht von mir. Ein schwarzes Herz. Der jetzt noch den Arky mitnehmen. Ich mein, Secret Room können wir sehen. Es ist also nicht unmöglich. Ich bin so froh, dass ich hier auch die ganze Ebene gerade sehen kann. Warte doch auf. Das ist mir gerade verarscht. Schwarzes Herz, bitte. Bitte. Zwei schwarze Herzen. Und wir sind wieder voll. Wir sind wieder voll. So, jetzt sollte ich aufpassen, dass ich meinen Book of Shadows nicht zu viel einsetze. Denn ich glaube, gegen Delirium hätte ich das ganz gerne Einsatz bereichert. Uh. Okay. Interessant. Das heißt, wir können jetzt schon mal relativ viele Räume ausschließen. Sehr viele Räume sogar. Warum hat das so wenig Schaden gemacht gerade? Was geht hier? Charge Baby. Ja, sicher. Batterie wäre ganz nett. Ich sage, Delirium ist da ganz unten links. Was sagt ihr? Ich habe nicht nachgezählt, aber ich behaupte, da ganz rechts ist zu weit am Rand. Als das Delirium da spawnen könnte. Warum nur schwarze Herzen stark? Der vierte von oben. Warum ist der vierte von oben? Uh. Zeit, ein paar Schlüssel loszuwerden. Und ich habe mich über den Skeleton Key lustig gemacht. Und jetzt sehen wir ja, wer zuletzt lacht. Das ist die falsche lila Fliege. Wahnsinn. Wahnsinn. Rote Kisten. Sehr stark. Wie üblich. Verb. Pretty Fly. Ja. Stacheln wegmachen. Das denke ich an. Ach, jetzt kriege ich den Blue Key. Ich weiß nicht, so als ob der Run von vorn stark genug gewesen wäre. Aber es ist schon ein bisschen lustig, dass ich ausgerechnet jetzt noch die Blue Key bekommen habe. Mom's Ring. Tears Up. Kommen wir neben Damage. Soul of Cain. Ah, ich weiß, wo ich die einsetzen will. Wisst ihr es auch? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Hallo. In die Kommentare. So, wir haben noch ein bisschen Damage getankt, wie es aussieht. Da ist Damage hoch. Das gehört manchmal dazu. Ja, den Strohhalm bei Harsch. Das sagt auch noch ein bisschen an mir, dass wir das nicht gesehen haben. Aber in Zukunft werde ich den Strohhalm wieder sehen. Dann werde ich den Strohhalm einsetzen. Denn ich bin bereit, das Potenzial des Strohhalms sehen zu wollen. Oder generell zu sehen. Warte, nur ein Raum ist er aufgegangen. War dafür ein guter. Was? Oh, ist das wie der Strohhalm, der Chest? Nee. Nee, es war einfach nur Zufall gerade. Es war einfach nur Zufall. Naja, okay. Ich habe keine Ahnung, ob der hier unten sicher ist. Aber wir sehen es schon. Nee, der ist sicher. Ah, Pyro, schätze ich. Ja, der Strohhalm wäre so gut gewesen. Wir machen mal die da oben links weg. Ich denke, bei denen können wir relativ sicher sein, dass... Na, der ganz oben links könnte vielleicht... Prinzipiell würde ich sagen, da oben sind relativ viele... ...sichere. Aber ich muss sagen, diese Ebene ist so viel Eingebungen zu durchqueren, wenn man den Secret Room hat. Wir werden den Strohhalm schon noch irgendwann im Einsatz sehen. Da wird er irgendeinem starken Boss mit jedem mal einsetzen, 10% seiner Leben rauben. Und dann werden wir sagen, oh, er funktioniert also doch so. Und dann werden wir uns alle drüber freuen. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Und da könnt ihr auch nach unten gehen. Wir machen mal den hier oben. Blue Baby. Das ist doch alles Baby-Quatsch hier. Jetzt schaue ich die Pogatiers an. Spun! Half up. Ja, sicher brauche ich. Oh, ich habe irgendwo meine Huge-Grow-Pille vergessen. Äh. Vielleicht finde ich sie irgendwann wieder. Ich glaube, ich brauche sie auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe viel Vertrauen in diesen Run aktuell. Red Key wäre natürlich cool, aber ich habe gerade gar keine Lust. Ich habe gerade gar keine Lust, mich mit dem Red Key auseinanderzusetzen. Und hier jetzt noch durch die drei Räume, bei denen es vielleicht interessant sein könnte, noch die ganze Zeit hinzulaufen und sowas. Gar keine Lust. Ah, wer hat ihn? Wer hat ihn? Er war doch da ganz oben. Au. Ist die Form neu? Was war gerade mit der Lil-Steven-Form? Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gesehen habe. Ich wusste nicht, dass die Lilium da generell in irgendeiner Form seine Farbe ändern kann. Das war mir neu. Stark. Weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Damage soweit extrem gut. Dafür, dass wir gegen Delirium kämpfen. Ich kriege keine Projektile kaputt. Der Board of Banages macht alles schon für mich kaputt. Ach ja, ich habe auch noch die drei, ich habe auch noch die zwei Fliegen um mich herum. Warte, ich habe mehr als nur den Board of Banages, deswegen geht hier alles kaputt. Wo ich sie überhaupt berühren kann. Ich glaube, der Backstabber ist auch, der lässt ja auch noch sehr viel. Oh Gott. Sehr viel Arbeit hier gerade bei dem Damage-Output. Wir machen mal Unsterblichkeit. Wir sind nur Verwundbarkeit, keine Schaden. Au. Schon. Gleich, gleich haben wir es. Scheiß, die Bugatiers gegen Delirium auch so gar nichts bringen. Wie lebst du überhaupt noch? Dankeschön. Wow, auf die Bretter! Auf die Bretter! Und dann würde ich sagen, wir haben was freigeschaltet. Guter Run! Guter, 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 guter Run. First try be Maeve, yeah! Einmal first try and be Maeve. Okay, damit würde ich sagen, mit Tainted Judas fehlt mir nur noch eine Sache. Dann haben wir den auch soweit abgeschlossen. Das heißt, im Endeffekt war heute kein zu übler Tag für meine Isaac-Androcks. Ich meine, wir haben Hush mit Tainted Judas geschafft. Und natürlich haben wir Tainted Loss komplett abgeschlossen. Das hätte also durchaus schlechter laufen können. Problem ist nur, dass langsam aber sicher wirklich nur noch die nervigen Charaktere übrig bleiben. Ich glaube, beim nächsten Mal sollte ich dann mal ein bisschen Tainted Eden-Action an den Tag legen. Ach ja, den übenden Tag kriegen wir, wenn wir Koop spielen? Ja, wahrscheinlich. Ich wollte irgendwas Lustiges sagen, aber das entspricht wahrscheinlich der Wahrheit. Wie kann dir eigentlich überhaupt noch was fehlen? Das ist nicht so einfach. Das ist ja nicht so einfach, okay? Aber gut, liebe Freunde, ich würde sagen, ich habe ein bisschen länger gestreamt, als erwartet. Heute ist das das nächste Mal. Ah, ich weiß nicht. Nächste Woche will ich nur Sonntag streamen. Das heißt, da machen wir es nicht. Übernächste Woche, schätze ich, werde ich wieder Isaac streamen. Ja. Ja, das ist der Plan. Morgen werde ich auf jeden Fall ein bisschen Gamecube-Spiele streamen. Mein Plan ist, dass ich so vier Gamecube-Spiele oder so für jeweils eine Stunde spiele. Ähnlich wie die 20 Spiele für jeweils 10 Minuten, nur mit der vier Spiele für jeweils eine Stunde oder sowas. Ja, das ist der Plan. Das werden wir morgen machen. Vielleicht werde ich ja Leute sauer machen und werde wieder das Röhrenfernseher-Setup dafür auspacken. Mal schauen. Was wird morgen hochgeladen? Äh, ich habe keine Ahnung gerade, spontan aus dem Kopf. Du wirst schon sehen. Heute kam Minecraft. Also, ich glaube, morgen müsste ein Isaac Coop run. Und, äh, Lethal Company kommen, ehrlich gesagt. Aber gut. Wir sind heute fertig für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. War ein guter Stream. Wir haben eine Menge geschafft. War ein guter Stream. Ach ja. Und irgendwann werde ich bestimmt die Shit-Karakterien noch mal in Angriff nehmen. Äh, irgendwann. Okay. Genau. Morgen dann ein bisschen, äh, Gamecube-Spiele. Und Sonntag selbst das Sonntag-Kram. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.